Dann schönen guten Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei mir war schon sozusagen der On-Button da und ich habe es nicht mitbekommen, dass es noch aus ist. Also herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich muss mich jetzt noch gerade eingrooven, ob ich in den Bildschirm gucke oder nach vorne. Ich versuche es mal, glaube ich, hiermit nach vorne, weil auch Menschen vor mir sitzen, nämlich unsere Referentinnen und Referenten. Herzlich willkommen erst mal in der Runde zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben über 200 Menschen, die sich angemeldet haben. Mal gucken, wie viele dann real zusammenkommen. Jetzt sind es 111, eine rheinische Zahl, der richtige Anlass loszulegen. Wir würden natürlich gerne hier in großer Runde tagen, da hätten wir den Plenarsaal auch nehmen können für die Veranstaltung. Wenn wir nicht immer noch in der Pandemie wären, wir haben uns jetzt für eine Hybridveranstaltung entschieden. Also die Referentinnen und Referenten sind vor Ort, sitzen hier natürlich mit Abstand und sind mit FFP2-Maske reingekommen etc. Also wir achten schon auf die Corona-Regeln und trotzdem ist es gut, auch ein paar Gesichter mal wieder live und in Farbe zu sehen. Und natürlich Sie und Euch heute zugeschaltet bei der Veranstaltung. Es ist nicht die erste verkehrspolitische Veranstaltung, bei weitem nicht, die wir als Landtagsfraktion machen, die wir auch als Büro angeboten haben. Und da war viel Konsens häufig dabei, also zum Beispiel zum Fahrradgesetz NRW oder zu Tempo 30. Diese Veranstaltung ist Teil einer Reihe, die wir im letzten Herbst bis Dezember gemacht haben, also als Grüne Landtagsfraktion mit Schwerpunkten im Bereich Kinder, Jugend gegen rechts, aber auch dem großen Klima- und Energiekongress, den die Kollegin Biko Brems federführend gemacht hat, wo es ja auch ein Verkehrspanel beigab. Und dann haben wir festgestellt bei der Planung, da ist, wir schaffen das nicht mehr alles vor Weihnachten und haben uns dann entschieden, den Verkehrssektor, das Verkehrsthema machen wir dann im neuen Jahr. Das heißt aber, es ist immer noch Teil dieser auch sehr erfolgreichen Fraktionsveranstaltungsreihe aus dem letzten Herbst der Grünen Landtagsfraktion. Ich habe mir überlegt, Verkehr, wir haben so viel diskutiert, ich habe es ja eben auch schon an Stichworten genannt, wir haben das Grüne Fahrradgesetz eingebracht, wir haben über die Innenstadtverkehre, Lieferverkehre gesprochen, wir haben über Tempo 30 gesprochen, da war immer viel Konsens und jetzt habe ich mir überlegt, wir machen mal eine Runde, wo auch so ein bisschen Musik drin ist möglicherweise. Also das Thema ÖPNV, SBNV, die Fragen, Ticketangebote, braucht es eine Landeseisenbahngesellschaft als Fragezeichen? Wir haben da ja so einen Prüfauftrag bei uns im Wahlprogramm drin stehen. Wir hatten jetzt die Abelio-Pleite vor einigen Wochen, also zum 31. Jahr auslaufend, Abelio als Anbieter und die Umstellungsnotwendigkeiten dann eben auf die anderen Unternehmungen. Und deswegen haben wir uns spannende Gäste eingeladen, um mal zu gucken. Also möglicherweise ist das doch friedlicher und konsensualer als gedacht, aber möglicherweise haben wir hier auch, ja, haben wir hier auch gleich spannende Debatten. Wir freuen uns natürlich auch über Beiträge von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir haben das Team hier hinter mir sitzen, die das auch entsprechend entgegennehmen. Und wir haben aber auch die Wissenschaft eingeladen. Wir haben, woher sagt Tim Engartner von der Uni Köln? Vielleicht hat der die ein oder andere Ihnen vor, ich glaube, vor zwei Wochen bei Westpol gesehen, in einem sehr ausführlichen Beitrag zum Thema Zukunft der Bahn, Zukunft der Schiene mit einigen kritischen Anmerkungen von dir, darf ich sagen, weil wir uns persönlich seit einer ganzen Reihe von Jahren aus Köln kennen. Und dann habe ich gedacht, den laden wir noch mit dazu ein. Also freue mich sehr. Jetzt aber als erster Gast unsere Fraktionsvorsitzende, Josefine Paul, die den Einstieg in die Veranstaltung machen wird, mit einem Input, mit einem Grußwort, nochmal sozusagen unsere grünen verkehrspolitischen Positionen skizzieren wird. Und dann gehen wir zu den Gästen über. Schön, dass du da bist, Josefine, heute Abend. Und ja, wir starten, wir steigen ein und freuen uns über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, vielen Dank, lieber Arndt. Auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. NRW macht mobil, NRW mobil machen, damit die Verkehrswende nicht im Stau stecken bleibt. So könnte ja ein bisschen das Motto des Abends lauten. Ich freue mich über viele Interessierte, die ja schon zugeschaltet sind. Wir sind jetzt auch schon weit über die rheinische Zahl von 111. Auch das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich aber auch über interessante Gäste. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion und auch darauf, ob die von Arndt Glocke gerade angekündigte Musik möglicherweise, ob das noch eine interessante Diskussion wird. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dabei sein zu können. Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen der Fraktionsveranstaltung eben diesem wichtigen Thema Mobilität, Verkehrswende, Schiene, Zukunft der Mobilität heute nochmal auch eine ausführliche Veranstaltung widmen. Denn die Mobilitätswende ist eine der zentralen politischen Herausforderungen. Natürlich auch, wenn wir auf den Klimaschutz schauen, CO2-Reduktion, da hinkt der Verkehrssektor bekanntermaßen nach wie vor hinterher. Das ist auch deswegen natürlich ein ganz entscheidender Faktor, weil mit rund 20 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes der Verkehrssektor eine zentrale Größe ist im Kampf gegen den Klimawandel, im Kampf für ein klimaneutrales Nordrhein-Westfalen. Und dabei ist die Straße und der Straßenverkehr einer der größten Verursacher dieser Verkehrsemissionen. Mobilitätswende ist aber aus meiner Sicht, ich bin ja originär eher Sozialpolitikerin, zuständig für Kinder, Jugend und Familie, aber auch eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Und nicht nur, wenn es um die Frage geht, wie wir eigentlich endlich alle Verkehrsträger gleichermaßen behandeln, also nicht mehr nur sozusagen durch die Windschutzscheibe planen, Vorrang für das Auto, sondern alle gleich behandeln, sondern es geht natürlich auch um die Frage sozialer Gerechtigkeit. Wie können wir Mobilität so gestalten und ermöglichen, dass sie eben für alle auch lebbar ist? Also Mobilität für alle mit fairen Preisen und passenden Verbindungen. Ich brauche ja kein faires Ticket, wenn ich anschließend nirgendwo hinfahren kann. Ich weiß ein bisschen, wovon ich rede. Ich komme ja aus Münster und ins Münsterland zu kommen, ist manchmal eine gewisse Mobilitätsherausforderung. Wie schaffen wir es sicher und barrierearm und eben auch gleichermaßen für Stadt und Land? Und natürlich ist bei der Frage Mobilitätswende, und darum soll es ja heute Abend ganz zentral gehen, Schiene und ÖPNV der zentrale Baustein für die Mobilitätswende und die angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030, kann aber nur dann gelingen, wenn beispielsweise Ausbau, aber auch Reaktivierung deutlich schneller vorangetrieben werden. Und, das finde ich, ist auch kein ganz geringer Faktor in dem Ganzen, wenn Schiene und ÖPNV auch als attraktive Alternative und als alltagstaugliche Alternative wahrgenommen werden. Stellen wir in Nordrhein-Westfalen fest, die Struktur in Nordrhein-Westfalen ist eben höchst unterschiedlich. Wir haben einerseits in den Ballungsgebieten, ob es sonst Rhein-Ruhr ist, gewisse überlastete Strecken und andererseits aber auch in anderen Teilen des Landes eine gewisse fehlende Infrastruktur, schlechte Anbindung oder auch eine unattraktive Taktung. Um all diese Dinge wird es sicherlich heute im Verlauf des Abends ja auch noch gehen. Und unser Ziel als Grüne ist es, auch mit Blick natürlich auf dieses Anstehen der Ereignis im Mai mit der Landtagswahl, ein gutes und bezahlbares ÖPNV-Angebot für Nordrhein-Westfalen zu gestalten mit flexiblen Konzepten, die eben auch passen in Stadt und Land, die aufeinander abgestimmt sind, die miteinander passen, mit einem Weg hin zu einem solidarischen Bürgerticket statt dem bisher herrschenden Tarifchaos. Und vor allem, und das ist mir natürlich nochmal aus sozialpolitischer Sicht wichtig, mit bezahlbaren Ticketpreisen für vor allem auch Kinder und Jugendliche, für eigenständige Mobilität, für Azubis aber auch, Stichwort Azubi-Ticket und die Bezahlbarkeit, aber eben auch für einkommensschwache. Ist alles, glaube ich, kein ganz kleines Vorhaben und das gelingt nur im Zusammenspiel. Deswegen gucke ich hier in die Runde und freue mich sehr, dass es so eine breite Runde ist, inklusive auch der Bundesebene. Also das gelingt nur im Zusammenspiel zwischen Bund, Land, Kommunen und Verkehrsverbünden. Ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung, auf spannende Impulse im Sinne des Titels mehr auf die Schiene, wie gestalten wir die Mobilitätswende in NRW und ich freue mich jetzt auf einen gemeinsamen spannenden Abend, viele Diskussionen und ich warte jetzt auf die Musik, die dann da drin ist. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Josefine. Du hast sehr, sehr gut die Themen zusammengefasst, auch das, was die Fraktion in den letzten Monaten und Jahren erarbeitet hat und wo die Themen auch liegen. Joachim Künzel hat bei deiner Anmerkung zum Münsterland die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen. Also da erwarte ich auf jeden Fall gleich auch eine Reaktion. Du hast es auch angesprochen gerade, Josefine. Wir haben auch einen Gast, der uns zugeschaltet ist. Also die anderen sind hier vor Ort. Das ist Matthias Gastel, der Gast, der Matthias Gastel heißt. Da wollen wir jetzt auch gleich einsteigen. Ich habe noch eine Bemerkung vorab oder mehrere Bemerkungen vorab. Erstmal, was die Parität der Veranstaltung angeht, da sind wir Grünen natürlich immer sehr bemüht. Wir hatten das beispielsweise beim Fahrradgesetz. Es ist jetzt nicht immer so, dass grundsätzlich bei verkehrspolitischen Veranstaltungen eigentlich nur Männer sitzen. Beim Fahrradgesetz ist es uns gelungen. Ich glaube, bei Innenstadtverkehren und Tempo 30 war es ähnlich. Diesmal ist es unter anderem deswegen nicht gelungen, weil auch Referentinnen abgesagt haben aus Zeitgründen oder aus Krankheitsgründen. Zum Beispiel freuen wir uns sehr, dass Norbert Czerwinski da ist für den VRR. Da war eigentlich seine Kollegin vorgesehen. Ihr seid ja paritätisch besetzt im Sprecherteam. Ich will das nur einfach sagen, weil wenn wir jetzt gleich in der Runde rum sind und dann irgendwann die Fragen aufkommen nach dem Motto, warum ist das so ein Boys Network da, dann hat das schon den Grund, dass es bei Verkehrsveranstaltungen zwar nicht immer einfach ist, aber diesmal haben wir es, wir haben es auch diesmal versucht. Wir freuen uns, dass Anke Schneider da ist und natürlich Josefina den Einstieg gemacht hat. Es ist uns nicht ganz gelungen. So, das ist aber das Erste. Und das Zweite ist Matthias Gastel aus der grünen Bundestagsfraktion. Wir regieren als Grüne seit Mitte Dezember nach vielen, vielen Jahren Pause, nach 16 Jahren Opposition erstmals im Bund wieder mit. Auch wenn das Verkehrsministerium noch nicht in grüner Hand ist, haben wir eine sehr starke, gut aufgestellte grüne Bundestagsfraktion. Und Matthias ist, ich glaube, in der dritten Legislaturperiode. Wir kennen uns auf jeden Fall schon lange und auch die viele Veranstaltungen und Vor-Ort-Terminen, die du hier auch in NRW gemacht hast und bist einer der relevanten mobilitätspolitischen Akteure in unserer Fraktion. Und wir haben gesagt, wir möchten sowas haben wie 10 Minuten Bericht aus Berlin. Was habt ihr vor? Also jetzt nicht sozusagen jedes Detail des Koalitionsvertrages, aber die zentralen Punkte und vor allen Dingen bezogen auf den Bahnverkehr. Da bist du der absolute Experte, kommst gebürtig aus Baden-Württemberg, hast da deinen Wahlkreis. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist und auf deinen Input. Zum Einstieg sozusagen, was in Berlin schon alles auf der Schiene liegt oder auf die Schiene gebracht werden soll, was wir in NRW hoffentlich dann ab Juni, Juli auch als neue, größere Fraktion in Regierungsverantwortung machen können. Wenn das jetzt noch technisch klappt, dann schalten wir jetzt von... Es sollte funktionieren, ja. Berlin. Wir hören dich. Wunderbar, Arndt, vielen Dank für die Einführung, für die Einladung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Schön, zumindest digital nach Nordrhein-Westfalen sprechen zu dürfen. Ja, also den Koalitionsvertrag wird die ein oder der andere vielleicht kennen oder manche Berichte gelesen haben. Und ich war in der Verhandlungskommission dabei und kann sagen, für den Bereich Bahn, Schiene haben wir einen sehr, sehr großen Konsens, auch wenn die drei Parteien, die jetzt miteinander koalieren, an anderen Stellen häufig unterschiedliche Positionen haben. Wir beispielsweise in Sachen Straßenbau noch so manche Positionen finden müssen, die uns dann zusammenführt. Im Bereich der Bahn kann man sagen, ist der Koalitionsvertrag wirklich stark. Wir haben wenig Floskeln, wir haben wenig bis gar keine Kompromisse, sondern wir haben wirklich Übereinstimmung. Das heißt, hier geht es nicht darum, setzt sich der eine gegen den anderen durch, sondern wir haben hier sehr viele gemeinsame Projekte, die wir in Angriff nehmen wollen. Und da können wir dann auch die Tatsache an der Stelle zumindest kompensieren, dass das Ministerium nicht in grüne Hände gekommen ist, was wir natürlich im Grunde gerne gemacht hätten. Wir haben insbesondere im Bereich der Infrastruktur viele wichtige Festlegungen getroffen, denn wir wissen, dass wir uns in Deutschland mit so viel Schienenverkehr wie nie zuvor in der Geschichte auf einem geschrumpften Netz bewegen. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, ist klar. Die Folge sind Überlastungen, Verspätungen, Unzuverlässigkeiten. Und wenn man in die Sanierung gehen möchte, dann findet man keine Umleitungsstrecke, weil es die nicht gibt oder die nicht elektrifiziert ist. Also wir müssen rauskommen aus dem Dilemma mit mehr und leistungsfähiger Infrastruktur, die dann auch mehr Schienenverkehr möglich macht, Verlagerungen von der Straße, Verlagerungen vom Flugverkehr auf eine zuverlässige Schiene möglich macht, die auch attraktive Angebote für die Fahrgäste, aber auch ein hohes Maß an Verlässlichkeit für den Hinterverkehr ermöglicht. Deswegen ist es gut und richtig und notwendig, dass wir festgelegt haben, wir wollen erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren. Das ist in allen Jahren der Vergangenheit komplett anders gewesen. Wir wollen prioritär die Projekte des Deutschlandstaktes umsetzen. Das bedeutet, wir wollen die Schienenverkehre besser aufeinander abstimmen. In den Knotenbahnhöfen kann man aus jeder Richtung ankommen, in jede Richtung weiterfahren. Es ergeben sich neue Reiseziele, die bisher kaum oder nur sehr umständlich erreichbar sind, beispielsweise mit langen Warte- und Umsteigezeiten. Die Ziele rücken in die Nähe. Die Ziele sind schneller erreichbar als bisher. Und wir werden einen neuen Bundesverkehrswegeplan als Grundlage letztlich auch erstellen. Wir haben vor, die Trassenpreise zu senken. Das sage ich noch dazu, aus unserer grünen Sicht müssen die Trassenpreise dauerhaft und nicht aktionistisch befristet auf wenige Jahre gesenkt werden. Denn das kostet nur viel Geld und bringt keinen Effekt. Und es ist sowieso so, dass diese Trassenpreise bei uns im europäischen Vergleich sehr hoch sind. Und da können wir dann entsprechende Kostenvorteile generieren. Wir wollen mehr Oberzentren an den Fernverkehr anbinden. Wir haben jede Menge Großstädte und Oberzentren in Deutschland, die keinen Fernverkehrsanschluss haben oder nicht mehr haben. Wollen wir attraktiver machen. Die Nachtzugangebote ausbauen, auch auf europäischer Ebene und vor allem auf europäischer Ebene. Vermeidet so manchen Kurz- und Mittelstreckenflug ist auch ein Stück Reisekultur, wenn man statt fliegen zu müssen die Bahn nehmen kann. Wir werden deutlich mehr Schienenstrecken elektrifizieren. Wir haben in Deutschland erst 60 Prozent der Streckenkilometer mit einer Oberleitung versehen. Da wollen wir deutlich weiterkommen. Und wir werden ein Programm auflegen für die schnelle Kapazitätsausweitung. Ist auch für den Regionalverkehr extrem wichtig. Viele Länder, viele Aufgabenträger wollen gerne mehr Regionalverkehr. Scheitert oft an zwei Dingen. Das eine ist das Geld. Das andere ist, dass keine Kapazitäten auf der Strecke vorhanden sind. Man kann aber manches besser machen mit kleinen Maßnahmen, zusätzliche Weichen und Signale, also die Blockabstände verkürzen beispielsweise. Dann kann man schon mehr Verkehr fahren, was nur eine bessere Betriebsqualität ermöglichen. Wir wollen vorhandene Bahnhofsprogramme weiterentwickeln und bündeln. Auch hier hat man so einen gewissen Aktionismus. Und der Bund hält sich da doch vornehm zurück. Das soll nicht mehr so sein. Und wir wollen auch einen wesentlich größeren Wert darauf legen, dass keine Strecken mehr stillgelegt werden. und dass stillgelegte Strecken reaktiviert werden. Auch hier kann der Bund einiges leisten. Wir haben auch einiges an Festlegungen zum Thema Deutsche Bahn. Das ist nicht so einfach gewesen, weil da gingen die Meinungen auseinander. Und wir haben, glaube ich, trotzdem einen sehr, sehr guten Weg gefunden. Und vor allem einen Weg, der auch in den vier Jahren dieser Legislaturperiode umsetzbar ist. Wir wollen zum einen die Infrastruktursparten der Deutschen Bahn zu einer Unternehmung zusammenlegen unter dem Dach der Deutschen Bahn. Wir wollen diesen dann gewinnfrei stellen. Denn es ist doch absurd, dass man mit der Infrastruktur der Bahn Gewinne erwirtschaften muss, wie das derzeit durch das Konstrukt mit der Aktiengesellschaft ist. Die Autobahn GmbH muss keine Gewinne erwirtschaften. Aber die Deutsche Bahn mit ihrer Infrastruktur muss das. Das wird dann eingepreist wieder in die Trassenpreise, die dadurch auch viel zu hoch werden. Wir wollen, dass mit Infrastruktur keine Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Und das werden wir ebenfalls angehen. Thema öffentlicher Nahverkehr. Auch hier einiges an wichtigen Aussagen. Beispielsweise werden wir die Regionalisierungsmittel noch dieses Jahr erhöhen. Unser Ziel als Grüne ist, dass wir nicht nur die Kostensteigerungen erhöhen und ausgleichen wollen, sondern dass wir den Aufgabenträgern auch ermöglichen wollen, mehr Regionalverkehr zu bestellen. Insbesondere auch in den frühen Morgen und in den späten Abendstunden und an den Wochenenden oder auch Verstärkerzüge während der Hauptverkehrszeit, wenn es die Trassenkapazität zulässt. Das sind wichtige Ziele, um Menschen für den öffentlichen Verkehr zu gewinnen. Außerdem wollen wir Erschließungs- und Qualitätsstandards für den öffentlichen Verkehr entwickeln. Das klingt schon sehr nach einer Mobilitätsgarantie, wie wir sie in Baden-Württemberg jetzt gerade umsetzen, wo wir sagen, jeder Ort, auch jeder kleine Ort im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb muss von mindestens morgens 5 Uhr bis in den späten Abend rein mit einem Stundentakt angebunden werden. Ob das jetzt der klassische Linienbus ist oder ein Ruftaxi, das hängt dann von der Uhrzeit und der Größe der Orte ab. Aber mindestens ein Stundenangebot im ländlichen Raum, das muss das Angebot sein. Und das wollen wir dann in den Folgejahren auf mindestens 30 Minuten Takt entsprechend ausweiten. Das GVFG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes, mit dem die Länder in die Infrastruktur investieren können, das ist schon weiterentwickelt worden. Die Mittel sind schon erhöht worden. Das ist gut, das ist richtig. Das heißt, die Infrastruktur zu finanzieren, die von den Ländern gestemmt werden soll und muss, da ist ein wichtiger Weg bereits beschritten worden. Was es noch fehlt, ist die Bewertungsmethodik. Die wird höchstwahrscheinlich im März vorgelegt werden. Und dann sollte es auch von der Seite her einfacher sein, Infrastruktur, Schieneninfrastruktur, sei es S-Bahn, sei es Straßenbahn, U-Bahn, besser zu finanzieren. Uns kommt es im Bereich der Schienenwege auch darauf an, dass gute Qualitätsstandards, gute Betriebskonzepte möglich sind, dass Infrastruktur nicht mehr wie bisher auf Kante genäht ist. Da muss Entwicklungspotenzial drin sein, wenn man Infrastruktur neu baut oder ausbaut. Und das wollen wir auch mit der Fortschreibung des GVFG und des standardisierten Bewertungsverfahrens entsprechend regeln. Ich könnte jetzt noch vieles, vieles weiteres sagen. Beispielsweise könnte ich noch im Detail darauf eingehen, wie wir dafür sorgen wollen, dass Infrastrukturmaßnahmen schneller umgesetzt werden. Wir haben hier einige konkrete Maßnahmen vereinbart. Wir werden darüber hinaus noch eine Kommission einrichten, um weitere Maßnahmen zu formulieren. Wir haben übrigens auch klare Projektbekenntnisse, beispielsweise für den Ausbau der Strecke Hamm, Bielefeld, Hannover, weiter nach Berlin. Hier geht es auch um die Umsetzung des Deutschland-Taktes. Und da sage ich dazu, es ist wichtig auch deshalb, weil dann auch Streckenkapazitäten frei werden für den Ausbau des Regionalverkehrs. Das heißt, auch die Regionen, wo aus- und neu gebaut werden soll, für den Fernverkehr und für den Güterverkehr, werden profitieren. Weniger Güterverkehr durch die Orte, besserer Lärmschutz und freie Trassenkapazitäten, um den Regionalverkehr entsprechend auszubauen. Wir haben weitgehend gute Feedbacks aus der Branche bekommen. Für das Bahnkapitel beispielsweise die Allianz Pro Schiene, die von einem ermutigenden Aufbruchssignal für die Verkehrswende gesprochen hat. Oder auch der Bundesverband Schienen-Nachverkehr, der von einem starken Signal zur Stärkung des Schienenverkehrs gesprochen hat. Ich bin mir sicher, ich könnte zwar noch ein paar Beispiele nennen, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir uns als neue Koalition viel vorgenommen haben. Jetzt sind wir dabei, die Strukturen so aufzubauen, dass das auch in Abstimmung zwischen den Koalitionsparteien dann möglichst schnell umgesetzt und angepackt werden kann. Für die nächsten vier Jahre haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Es wird uns nicht langweilig werden. Und wir wollen da jetzt ganz schnell anpacken, damit auch die ein oder andere Entwicklung bereits in diesen vier Jahren sichtbar wird. Wir wissen, dass alles, was mit Bahn und Schiene zu tun hat, häufig langwierig ist. Aber wir haben auch ein paar Dinge, die hoffentlich die ein oder andere Situation von beispielsweise Pendlerinnen und Pendlern, die auf die Bahn setzen, besser werden. Dafür werden wir auf jeden Fall kämpfen. Ich danke mal schon für die Aufmerksamkeit. Und ich werde dann gleich mal gucken, was im Chat alles los ist und gucken, ob ich da noch die ein oder andere Frage beantworten kann. Ich wünsche dem weiteren Verlauf der Veranstaltung alles Gute. Herzlichen Dank, Matthias, für deinen Input. Ja, im Chat tobt die Diskussion. Wir freuen uns auch, wenn die Debatte, ich hatte ja extra am Anfang gesagt, da ist heute wahrscheinlich Musik drin. Das freut mich auch, aber die Musik sollte nicht dissonant werden. Insofern, dass es irgendwie, also einfach, ja, zu krass untereinander, also wart die nette Kette und beschimpft euch untereinander nicht. Harte Debatten sind inhaltlich immer gut, aber man muss sich nicht gegenseitig Unverschämtheiten vorwerfen. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwelche Leute rausziehen, aber haltet euch ein bisschen dran. Das fänden wir gut. Also erst mal herzlichen Dank, Matthias. Wir hoffen, dass, du hast ja viel berichtet. Da sind sicherlich auch eine ganze Reihe von Punkten dabei, wo unsere Referentinnen und Referenten gleich darauf eingehen werden. Wir hoffen darauf, dass Herr Wissing auch die Chance hat, davon möglichst viel umzusetzen, sich nicht nur um marode Autobahnbrücken kümmern muss oder sich um irgendwelche anderen Dinge. Er hatte sich ja auch am Anfang der Legislatur schon zu ein paar Themen geäußert, die gar nicht im Koalitionsvertrag drinstehen und eher FDP-Positionen sind als Positionen der Ampelkoalition. Also es ist ja auch dann grüne Aufgabe, dass Fachpolitiker wie du, ja, auch mit dafür sorgen, dass das, was da im Vertrag drinsteht, auch Realpolitik wird. Dafür wünschen wir dir und euch allen in dem Team gute Nerven auf jeden Fall. Und wir sind ja ständig im Kontakt und im Austausch und werden das natürlich hier intensiv begleiten. Hoffentlich aus einer dann auch grünen Regierungsfraktion in NRW. Meine Idee ist, dass wir von Berlin direkt in die Wissenschaft erst mal übergehen und dann zu den, ja, Experten sind alle, aber zu den Praktikern hier aus dem Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen kommen. Tim Engartner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Themen und hat sich ausführlich geäußert, in demfalls in diesem Westpol-Bericht, zum Thema Wettbewerbsrecht. Wir haben als Grüne ja auch, wir vertreten das auch weiterhin und haben das aber auch sehr stark in den 2000er-Jahren zum Thema gemacht, auch in der damaligen Rot-Grünen-Koalition, die es bis 2005 gab, die Frage Wettbewerb auf der Schiene, also Frage weitere Anbieter öffnen, auch des Schienenverkehrs für Unternehmungen und nicht ausschließlich beim Monopolisten Bahn zu bleiben. Und du hast es aus wissenschaftlicher Perspektive, diesen Prozess und all das, was sich in den Jahren danach entwickelt hat, begleitet und hast da auch deinen Blick drauf und wir freuen uns auf einen, ja, engagierten Vortrag, der auch gerne quergewürstet sein darf und wenn dir gleich Leute widersprechen, ist das auch gut und wenn dich alle loben, sei es auch drum, aber freuen wir uns auf jeden Fall, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die freundlichen, einführenden Worte und obwohl ich gänzlich unmusikalisch bin, scheint mir die Aufgabe zuzufallen, ein wenig Musik mit in den Abend zu geben. Ich kann mich allerdings, obwohl Berlin und Wissenschaft ein wenig auseinanderliegen mögen, Matthias Gastel nur anschließend mit allem, was er gesagt hat, eine sehr interessante Einblicknahme in den Koalitionsvertrag. Und ich will im Folgenden in etwa zehn Minuten kurz darstellen, was aus meiner Sicht die Problemlage im Schienenverkehr in Deutschland ist. Das eine ist ja, dass wir vor zehn Tagen erleben mussten, dass der zweitgrößte Bahnanbieter in Nordrhein-Westfalen, Bahnbetreiber in Nordrhein-Westfalen auf dem Markt ausscheiden musste. Grund waren stark gestiegene Personalkosten und Strafzahlungen für die Verspätung. Jetzt hat der Verkehrsverbund schnell reagiert und mit Notvergaben reagiert, unter anderem mit National Express. Und was soll ich Ihnen sagen? Nicht, als wenn ich es für den heutigen Abend extra gemacht hätte, aber ich saß zufällig auf dem Weg hierher in einem National Express Zug im Rhein-Ruhr-Express, der prompt auch wieder zwölf Minuten zu spät war und das bei 30 Minuten Fahrzeit, die angekündigt war. Jetzt haben wir nicht nur im Nahverkehr Probleme, sondern eben auch im Fernverkehr. 2021 kam jeder vierte Zug im Fernverkehr zu spät. Doppelt so viele Züge fielen aus wie im Jahre 2020. 10.951 Züge wurden ersatzlos gestrichen. Für die Freunde des Schienenverkehrs, für die Pufferküsse unter uns, sei diese Zahl genannt. Die Zahl der ausgefallenen Fernverkehrshalte hat sich in 2021 mit insgesamt 207.664 sogar mehr als verdoppelt. Und um es einfach auszudrücken, obwohl diese Zugausfälle nicht in die Verspätungsstatistiken oder Pünktlichkeitsstatistiken eingehen, fährt die Deutsche Bahn AG jeden Tag rund 8.000 Stunden Verspätung ein. Und das trotz der Corona-Pandemie-bedingten Minderleistungen im Personenverkehr oder im vermindernden Personenverkehrsaufkommen. Herr Gastel hat es schon angekündigt oder angedeutet, die Licht- und das Gleisnetz ist ein zentrales Problem. Seit der Privatisierung der Bahn im Jahr 1994 wurde etwa ein Sechstel der Schienenkilometer abgebaut. Es existieren kaum noch Möglichkeiten, langsam fahrende Züge zu überholen. Jede Störung zieht deshalb eine ganze Reihe weiterer nach sich. Und nach wie vor, auch das ein zentrales Problem, haben wir keine Entmischung des Schienenverkehrs. Nah-, Fern- und Güterverkehr sind zumeist auf denselben Trassen unterwegs, anders als etwa in der Schweiz, wo es eine Entmischung des Verkehrs gibt auf der Schiene. Und jeder zweite industrielle Gleisanschluss wurde seit 1994 gekappt. Das ist ein wirklicher Wettbewerbsnachteil für eine Verkehrsträgerschiene gegenüber dem straßengebundenen Verkehr. Die Lok- und Oberleitungsschäden, Weichen und Signalstörungen sowie Verzögerungen im Betriebsablauf aufgrund dichter Zugfolge, wie es dann immer so bei den Durchsagen heißt, machen die Bahn natürlich häufig unattraktiv. Gleichzeitig überfüllte Waggons, fehlende Reservierungen, defekte Klimaanlagen, verschlossene Toiletten, ausverkaufte Speisen im Bistro und mitunter instabile WLAN-Verbindungen. Für mich sind all das Symptome einer Kapitalmarktorientierung, wie sie Hartmut Medorn im Jahre 1999 angestoßen hat. Nicht ohne Grund hatte er auf seinem Schreibtisch in Berlin Bulle und Bär als Symbole für die Börse stehen. Und die Orientierung auf betriebswürdige Kennzahlen ist meines Erachtens das zentrale, das kardinale Problem. Die Erhöhung der Eigenkapitalrendite, wie sie oftmals auch von der Deutschen Bahn AG vorgenommen wird, in dem keine Züge mehr angeschafft wurden, lange Zeit in dem Liegenschaften wie das Bahnareal in Stuttgart und mehrere hundert Bahnhofsgebäude verkauft wurden. Also soll das Credo-Mehrverkehr auf die Schiene Wirklichkeit werden, um den Verkehrsinfarkt nicht nur in den Innenstädten zu bänden. Der uns milliardenschwere Staukosten und irreparable Umweltschäden bringt, muss die Bahn schlicht besser, billiger und bürgernäher werden. Ich will deswegen acht Punkte skizzieren, von denen ich glaube, dass Sie die Bahn als zentralen Verkehrsträger in die Zukunft bringen. Erstens, um Brücken zu sanieren, Oberleitungen zu warten, die Vegetation entlang der Trassen zu stutzen und beheizte Weichen einzubauen, wie sie unter anderem bei der russischen Staatsbahn RZD übrigens gängige Praxis sind, braucht es schlicht mehr Investitionen in die Schienenverkehrsinfrastruktur. Ich bin jetzt keiner, der aus der linken politökonomischen Sicht immer mehr Investitionen in alle Sektoren fördert. Im Gesundheitssektor zum Beispiel würde ich sagen, da gibt es eher ein Verteilungsproblem, bei Bildung und Verkehr bin ich ein entschiedener Befürworter von mehr Investitionen und glaube, dass das auch zu Qualitätssteigerungen führt. Nach wie vor privilegieren überproportional hohe Investitionen in den Straßenaus- und Neubau, den motorisierten Individualverkehr und diskriminieren den Verkehrsträgerschienen. Erlebt das immer wieder, dass Investitionen in das Straßennetz, auch in die A20 in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, als einen kaum befahrenen Autobahnbau in einem Ostseeküstenraum, dass das noch als wesentliche Infrastrukturmaßnahme verkauft wird, als Investitionen, wohingegen die Bahn immer um Subventionen in Anführungszeichen betteln müsste. Aber das sind ja auch Investitionen. Da geht es um das Framing. Zweitens brauchen wir ein Ende der bahnfeindlichen Steuer- und Abgabenarchitektur. Herr Gastel hat es auch angedeutet, dass wir noch 60 Prozent der Streckenabschnitte nicht elektrifiziert haben. Da muss man sich festhalten, auf den nicht elektrifizierten Strecken zahlt die Bahn als umweltfreundlichster Verkehrsträger nicht nur die Mineralölsteuer, sondern auch die Ökosteuer als Annexsteuer. Demgegenüber wird der grenzüberschreitende Flugverkehr von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Der Kerosinverbrauch wird weltweit nicht besteuert und somit hierzulande auch die Ökosteuer nicht erhoben. Das ist ein Skandal. Das ist der Grund, warum Low-Cost-Carrier wie Ryanair und andere Flüge für 9,99 Euro in die Republik anbieten können. Meine Studierende in Frankfurt war ich bis Ende letzten Jahres tätig. Zehn Jahre flogen also gefühlt monatlich quer durch Europa, immer für Preise, die ich für eine einfache Fahrt von Frankfurt nach Wiesbaden aufbringen musste. Drittens, die Bahn muss noch mehr Verkehr in die Fläche bringen, um möglichst viele Fische am Verkehrsmarkt zu fangen. Sie darf sich länger aus den periferen Bedienungsgebieten, also den ländlichen Regionen, zurückziehen. Während es der Bund der Deutschen Bahn AG lange Zeit erlaubt hat, das wird sich ja jetzt hoffentlich ändern unter den neuen koalitionären Vorzeichen, Nebenstrecken, Personen und Güterbahnen für stillzulegen, defundiert der Verkehrsträger Flugzeuge bis in die entlegensten Regionen. Ich nenne nur die Regionalflughäften Hahn, Kassel, Kalden, Paderborn, Lippstadt und Weze. Nichts gegen Flughäfen in Ostwestfalen, von da kann man ja auch dann aus Münster abreisen. Aber das sieht man, wie anders agiert wird im Flugverkehrssektor, im Flugsektor als im Bahnverkehr. Viertens, das habe ich im Chat auch gerade gesehen, schon als Kommentar vorhin, statt auf Prachttransporte zwischen Dallas, Delhi und Den Haag zu setzen, muss die Deutsche Bahn endlich den Schienenverkehr im Land fördern, im Inland, um möglichst viele Fahrgäste zwischen Dienstlagen, Delmenhorst und Düren zu transportieren. Das ist nicht Aufgabe eines Staatskonzerns, das hat sogar die FDP in seiner Zeit festgestellt, mit der Bonität der Bundesrepublik Deutschland im Rücken, Investitionen im Ausland zu tätigen. 150 Repräsentanzen außerhalb Deutschlands hat die Deutsche Bahn mittlerweile. Als internationaler Mobilitäts- und Logistikdienstleister, als schönes Beispiel kann man immer nennen, dass in Großbritannien jenseits des Ärmelkanals, also das Wembley-Stadion als späte Rache für die Niederlage in Wembley seinerzeit wieder von der Deutschen Bahn angefahren wird. Aber das ist ja auch nicht unbedingt sehr tröstlich oder als Argument plausibel. Bauvorhaben in Indien und Saudi-Arabien, Lkw-Speditionen wie Stinnes, Fluggesellschaften wie Vex Global und so weiter. Also das Investitionsportfolio ist beträchtlich. Fünfter Punkt, es braucht eine Abkehr von Großbauvorhaben wie Stuttgart 21. Ich denke, da bin ich mit Herrn Gastel auch sehr einig. Mehr als 10 Milliarden Euro wird das ingenieurtechnisch sehr aufwendige Projekt wahrscheinlich kosten. Es gibt eine goldene und simple Regel der Ökonomie, die jeder Ökonom in der Regel unterschreibt. Investitionen sind immer im Lichte ihrer Alternativen zu betrachten. Geld kann nur einmal ausgegeben werden, sagt der Volksmund. Und um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, sind andere Projekte sehr viel wichtiger. Ich will damit gar nicht sagen, Stuttgart 21 ist per se eine schlechte Sache. Sage ich auch ein bisschen, aber nicht ganz. Nur ausschließlich. Aber wenn man das Geld nur einmal verausgaben kann, muss man sich sehr sorgfältig überlegen, wo es hinfließen soll. Sechster Punkt, die Bahn- und die Verkehrsverbünde müssen die Fahrpreise stabilisieren, um das Massenverkehrsmittel Bahn für möglichst viele, auch potenzielle Bahnreisende, erschwinglich zu halten. Seit vielen Jahren kennt die Preisspirale leider nur eine Richtung, nehme ich die nach oben. Auch das kam ja schon mehrfach hier in den Chats zum Vorschein. Und Frau Paul hat das auch in ihrer Anmoderation angedeutet. Siebtens, es braucht ein Abgesang auf das Hohelicht des Wettbewerbs im Bahnverkehr. Ich denke, da sind wir hier in der Runde nicht einig. Ich glaube, dass die Bahn bereits in einem extrem intensiven Wettbewerb steht, in einem sogenannten intermodalen Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern, im Straßen, Luft- und im Güterverkehr, auch gerade im Schiffsverkehr. Es braucht keinen intramodalen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Bahngesellschaften. Für mich ist die Pleite von Abelio ein sichtbares Zeichen dieser verfehlten Wettbewerbsorientierung, eines ruinösen Wettbewerbs, wie es in der Ökonomie heißen wird. Letzter Achterpunkt. Kurt Holtzke hat einmal gesagt, alle besseren Reisen beginnen am Bahnhof. Die Bahnhofsgebäude müssen endlich wieder zu Kulturdenkmälern werden, zu touristischen Aushängeschuldern und zu Orten der Begegnung. Es kann nicht sein, dass die Bahn sich weiter von Bahnhofsgebäuden trennt. Und wir sollten stattdessen dafür sorgen, dass es attraktive Einstiege in den Schienenverkehr darstellt. Letzter Satz. Wir müssen endlich zur Einsicht gelangen, dass ein modernes Verkehrswesen, auf das jedes Industrieland allein schon angesichts des beschleunigten Klimawandels zwingend angewiesen ist, Sicherheit und Perspektiven benötigt, der Markt allein nicht bieten kann. Der Markt wird es nicht allein richten. Anderfalls droht uns ein fragmentiertes, überteuertes und ruiniertes Bahnsystem. Nach britischem Vorbild. Dort hatte die Bahn allein in den zehn Jahren nach der Privatisierung mehr als 11.000 Jahre Verspätung eingefahren. Das werde ich nicht vergessen, diese Zahl. Das war mal ein Zeitbeitrag, den ich veröffentlichen durfte. Oder das der prominente Titel war für eine ganzseitige Reportage. Das können wir nicht wollen. Jedenfalls dann nicht, wenn die Bahn als Massenverkehrsmittel erhalten bleiben soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich ebenfalls auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Tim Engartner, Professor Tim Engartner, fulminanter Vortrag. Die acht Punkte habe ich mitgeschrieben. Wahrscheinlich Josefine auch. Wir haben ja dieses Jahr noch was vor, gemeinsam mit der Landtagswahl und nach der Landtagswahl. Und dann kann man sowas, das war ja doch sehr auf den Punkt gebracht, kann man das vielleicht in den Verhandlungen rausziehen. Scherz beiseite, aber das ist natürlich, also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt wäre mein Vorschlag, dass wir in die Verbünde gehen. Wir fühlen uns geehrt und sind wirklich sehr erfreut, dass die Geschäftsführer der drei großen Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen heute hier live vor Ort sind. Ich habe am Anfang nicht erwähnt, aber das ist auch nochmal eine Bestätigung für uns alle in der Arbeit. Es gab jetzt ja gestern eine große NRW-Umfrage vom Redaktionsnetzwerk Deutschland mit Forza zusammen, schon vor zehn Tagen von Forschungsgruppe Wahlen mit Westpol, mit dem BDR zusammen. Und es war jeweils so, dass das Thema Verkehr, Mobilität, Nahverkehr auf Platz drei der relevanten Themen. Also Corona, das ist das, was die Leute am meisten umtreibt. Danach Schule, Bildung und danach Verkehr, Mobilität. Ich sage das deswegen, weil das natürlich auch zeigt, wie sehr das in den ganzen Facetten von Straßenmobilität, Radverkehr und ÖPNV, Ticketpreisen etc. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was die Menschen bewegt. Nicht nur grün wählende Bürgerinnen und Bürger, sondern einfach ganz Nordrhein-Westfalen so. Und deswegen machen wir das heute auch hier und freuen uns. Ich würde sagen, ich gucke sozusagen von mir aus nach rechts. Luis Castillo ist der Erste, den ich da erblicke. Und dann gehen wir einfach rund, machen jetzt keine Wertigkeiten zwischen den Verkehrsverbundenen. Aber das Ruhrgebiet ist natürlich eine zentrale Region in diesem Land Nordrhein-Westfalen und freuen uns, dass du da bist. Und vielleicht auch verbunden mit einer konkreten Frage direkt. Wir machen das jetzt so als Schlaglichter. Jeder hat fünf Minuten. So grob, wenn es fünfeinhalb wären, ist auch okay. Aber wir haben ja auch noch viele Gäste, die jetzt hier in der Runde sitzen. Stichwort Mobilitätsgarantie. Das haben wir als Begriff bei uns im grünen Wahlprogramm drin. Das heißt aber auch, dass einem einmal natürlich die Ballungszentren gut bedient werden müssen. Aber der VAR ist ja nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch am Niederrhein. Es geht ins Münsterland, ein Stück ins Sauerland etc. Und wenn man so etwas ins Wahlprogramm schreibt und vielleicht in den Koalitionsvertrag, dann heißt das auch, dass man fünf Jahre später daran erinnert wird, von denen, denen wir das Versprechen gegeben haben. Und ich würde gerne dich fragen, ist das eine realistische Perspektive, zu sagen, zwischen 5 und 23 Uhr oder 22 Uhr, zumindest im Halbstundentakt, mit SBNV und vielleicht mit verbundenen Bussystemen, nicht nur zwischen Essen und Bochum etc. Das haben wir heute. Da müssen wir besser werden, müssen auch Sachen ausbauen, aber auch in die Äste reinzugehen. Hallo zusammen. Glückwunsch. Ich bin zwar Gitarrenspieler, aber das war gut Musik. Herr Gastel, Sie werden es nicht glauben, ich komme ursprünglich aus Göppingen. Die sind jetzt auch an den VVS angeschlossen. Und das Thema, das muss man auch sagen, wirklich in den Koalitionsvereinbarungen gut gelungen, dass man dieses Bild an, was du gerade angesprochen hast, Mobilitätsgarantie, muss man differenzierter betrachten und sagen, es gibt einen Ballungsraum, es gibt einen ländlichen Raum. Und wenn man sich löst von dem klassischen Bild der Mobilität, dass es nämlich nur den Sektor Auto gibt und nur den Sektor Schiene oder Bus und Bahn oder Fahrrad, sondern sagt, wir leben heute in einer vernetzten Welt, die Digitalisierung bietet uns viele Möglichkeiten, auch zum Thema Schieneninfrastruktur, Ausbau der Kapazitäten ist Digitalisierung wichtig. Auch da ist es wieder wichtig, dass wir nicht nur in Silos denken und sagen, okay, die Bahn digitalisiert die Schiene, aber wir vergessen wieder auf der anderen Seite, die Fahrzeuge zu digitalisieren. Das sind wichtige Aspekte. Aber nochmal auf die Frage an, ganz konkret, ich glaube, dass es jedes Bundesland und mit Unterstützung vom Bund und Land wir sehr wohl schaffen können, eine Mobilitätsgarantie auszusprechen, die im klassischen Sinne bedeutet, dass wir in einem Ballungsraum, Hermann aus Baden-Württemberg hat es mal im VDV-Präsidium nochmal konkretisiert, zu sagen, Baden-Württemberg, Herr Kassel, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, dass man sagt, im städtischen Bereich ein 15-Minuten-Takt und im ländlichen Raum ein 30-Minuten-Takt sogar, und zwar an 724. Das ist ja wichtig. Wir sind doch im ÖPNV, wenn man den Modelsprit anguckt, sind wir sehr stark im Bereich Beruf und Ausbildung. Und schon im Freizeitbereich, übrigens sind Verkehre, die zunehmen, haben wir Nachholbedarf. Und da ist es nicht nur eine Frage der Kapazität, sondern einfach des Kulturverständnisses. Wir müssen aber, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, auch in NRW neue Wege gehen. Mein Kollege Reinkober, der die zentrale Koordination zum Thema Zukunftsnetz-Mobilität, Norbert, du wirst sicherlich auch noch ein bisschen was gleich dazu sagen, dass wir versuchen, mit den Kommunen, Kreisen, einfach die vernetzte Mobilität voranzubringen. Wir müssen das Thema On-Demand-Verkehre, du hast es vorhin, Rufbus, Taxi oder Taxibus, wie man immer auch nennen mag, das sind Verkehre, die es auch schon früher gab, kann man jetzt sagen. Aber wir haben natürlich die Riesenchance, mit der Digitalisierung, sage ich mal, weg vom Linienverkehr zu kommen. Und gerade im ländlichen Bereich, gerade zu Schwachleistzeiten, bietet uns das Thema On-Demand eine Riesenchance. Da ist es aber definitiv zum Thema, Herr Angratner, da wird keine Privatwirtschaft, auch kein kapitalgetriebener Bereich reingehen. Da haben wir übrigens Übereinkunft. Über das, was wir hier reden, ist viel Daseinsvorsorge. Und wir müssen dieses Verständnis Daseinsvorsorge wieder zu bekommen. Wo wir kein Verständnis haben, um auch ein bisschen Musik reinzubekommen, dann zu sagen, Wettbewerb ist Teufelszeug, ist aus meiner Sicht ein falscher Trugschluss, auch aus dem Thema Abelio-Pleite. Als Spanier kann ich mir das erlauben, sagen zu dürfen, ist ja der niederländische Staatskonzern. Ich glaube, dass wir einiges erreicht haben bei dem Bereich Wettbewerb und wir da auch weiter daran arbeiten müssen. Aber wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Und das Thema Daseinsvorsorge, gerade im Infrastrukturbereich, ist für uns zentral. Und von der Seite, ja, wir können das schaffen mit der Mobilitätsgarantie, müssen es differenzierter sehen. Wir müssen in den Bereich reingehen, Digitalisierung. Das ist für uns, wie für alle anderen Branchen, eine Riesenchance, Nutzungsbarrieren zu reduzieren. Wir müssen auch da wegkommen von lokalen Lösungen, die heute da sind im On-Demand-Bereich, die im Wettbewerb zum Taxigewerbe in Innenstädten sich bewegen, wo es übrigens dann auch private Anbieter gibt, die auch ihre Existenzberechtigung haben sollten. Sondern wir müssen vor allem in diesem Bereich auch staatlich unterstützt in den ländlichen Bereichen reingehen. Wir müssen das Thema vernetzte Mobilität, Frau Paus, Sie haben viele Punkte gesagt. Wir sind ja als Lobbyisten für Bus und Bahn heute da. Aber ich glaube, wir müssen schon wahrnehmen in den Studien, schon vor Corona, aber durch Corona noch mal verstärkt, das ist das Thema Fahrrad. Also der Umweltverbund aus Bus, Bahn und aus Münster, glaube ich, da seid ihr ja großartig. Wuppertal hat jetzt auch den Modelsplit beim Fahrrad erhöht, okay, von zwei auf drei Prozent, aber immerhin. Ich glaube, wir müssen diese Aspekte betrachten und es weiterentwickeln. Und es ist keine einfache Antwort, aber es ist machbar. Wir müssen aber da halt alle Brücken schlagen. Die müssen weg von den Silos. Wir müssen da, Enggarten hat es, glaube ich, auch gesagt, gar nicht diesen Wettbewerb zwischen den Modis so sehr militarisieren, sondern die Vernetzung herstellen. Ja, und das ist die Aufgabe, die ihr als Politik haben, die wir als Verbünde haben. Wenn ich das auch sagen darf, frage nicht nach Fröschen beim Austrocknen des Teichesamt. Ihr kommt ja nachher sicherlich noch zum Thema Landeseisenbahngesellschaft, Verkehrsgesellschaft. Ich glaube, was die neue Bundesregierung klug gemacht hat, ist innerhalb der Strukturen, auch bei der DB zu sagen, bevor ich eine Strukturdebatte führe, versuche ich doch die Ziele der Strukturen anzupassen und zu sagen, ich führe Netz und DB-Station zusammen. Ich gebe denen einen neuen Fokus, eine neue Zielausrichtung. Und ich glaube, das ist klug gewählt, weil so ein Staatskonzern zu zerschlagen ist, sage ich mal, zumindest, das muss einem klar sein, das ist, Herr Engertner, zumindest habe ich es in meinem volkswirtschaftlichen Studium gelernt, Kapitel 1, Fusion muss man sich leisten können. Außer die Berater, die dabei Geld verdienen und Zeit, muss man schon sagen, es ist manchmal auch besser innerhalb der Strukturen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe mich in den fünf Minuten gehalten, ein bisschen Musik reingebracht. Und auch die Frage Mobilitätsgarantie kann ich nur verstärken. Das sollten wir wirklich als Ziel haben, weil im ländlichen Raum wird kein Mensch, wir brauchen da keine Debatte zu führen, ein Auto abzuschaffen. Es gibt da heute keine Alternativen. Das muss man einfach mal ehrlicherweise sagen, beziehungsweise die Alternativen, die da sind. Ich habe heute früh ein Gespräch mit jemandem, einen Politiker aus dem Bund gehabt, der sagt, wie soll ich am Niederrhein eine Mutter, alleinerziehend das Kind zum Kindergarten bringen muss und danach 15 Kilometer zum Arbeitsplatz fährt und die jetzt aktuell einen Anruf bekommt, holen Sie mal bitte Ihr Kind ab. Das ist im jetzigen Stand Bus und Bahn einfach nicht möglich. Und das müssen wir uns ehrlich machen und dann auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Danke. Ja, vielen Dank. Das war auf den Punkt und auch mit den Stichworten, die für die Debatte auf jeden Fall spannend sind. Wir kommen ja auch gleich noch zur Diskussion. Also Fragemöglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ich sehe jetzt schon, der beim Chat hat, dass ich jetzt über 100 überschlagen. Toll, dass die Diskussionen so laufen und das Team koordiniert das sozusagen oder guckt mit drauf. Wir kommen ja nachher noch zu der Fragerunde entsprechend. Ich würde vom Ruhrgebiet nach Westfalen rübergehen. Das ist ja eben schon, hat ja schon angeklungen. Natürlich hat Westfalen auch Zentren, wie eben beispielsweise Münster oder Bielefeld oder Hamm. Aber es sind derart wenige, dass es doch eher eine ländlich orientierte Region ist. Ich komme ja ursprünglich auch daher, bin da geboren in Ostwestfalen. Da war, also mit Bus und Bahn unterwegs zu sein, ebenfalls damals eine sehr sportliche Aufgabe. Aber da hat man mit 18 einfach den Führerschein gemacht, Punkt. Um da nicht immer in Flote Ostwestfalen rumhängen zu müssen. Das ist einfach so. Jetzt hat sich da ja noch ein Stückchen was bewegt in den letzten Jahren. Die Fragen, die ich Joachim Künze mit auf den Weg geben würde. Einmal, ich bin ein großer Freund vom Bus. Ich finde das zum Beispiel in Kreisen wie beispielsweise in Borken oder auch Teilen des Kreises Steinfurt mit den Überlandbussen, Schnellbussen, das dann ein sehr gutes Angebot ist. Und Streckenreaktivierung bei Schiene, die ich grundsätzlich sehr gut finde, sind natürlich auch Dinge, die uns 10, 15 Jahre oft beschäftigen. Deswegen die Frage, ist Bus in ländlichen Regionen eine adäquate Alternative, die man stärker in den Blick nehmen sollte? Ja oder nein? Oder wie bewertet der NWL das? Das als einen Punkt. Und dann als Wunsch mit Blick auf die nächste Landesregierung, wie auch immer sie aussehen mag. Also wenn wir mit dem Begriff, Louis Castillo hat es ja eben auch gesagt, Mobilitätsgarantie arbeiten, was muss eigentlich das Land leisten? Also was sind Voraussetzungen? Stichwort, das können natürlich Finanzen sein, das können auch strukturelle Voraussetzungen sein. Also was erwartet ein Verkehrsverbund wie der NWL von einer Landesregierung, um im ländlichen Raum die bestehenden Angebote, die ja durchaus vorhanden sind und auch in Teilen jedenfalls gut sind, auszubauen, zu verbessern und zu verstärken, sodass man ja nicht nur in Essen oder in Köln eine Alternative zum Auto hat, sondern eben auch in. Welche Städte greifen wir uns jetzt raus? Sagen wir mal Coesfeld. Oder Soest. Ja, Herr Klocke, danke, dass Sie die Beispiele jetzt genannt haben. Interessanterweise haben Sie beide sicher jetzt insoweit, bezogen auf mein Stirnrunzeln, das Sie vorhin erwähnt haben, oder Augen hochziehen. Ja, ja. Ja, und ein bisschen widersprochen, weil Frau Paul ja sagte, dass, wenn man ins Münsterland raus will, es schon dünn wird und Sie gerade die Busangebote in Münsterland ja gelobt haben. Jetzt gucke ich mal, wie ich aus der Nummer rauskomme. In jedem Fall spreche ich, also wenn ich hier spreche, ich habe auch mit 18 den Führerschein gemacht, so ist es nicht, und ich komme gebürtig und sozialisiert aus Dortmund. Also kann man, glaube ich, als Großstadt bezeichnen. Und nichtsdestotrotz, wenn ich hier über ÖPNV spreche, dann als jemand, der zu 99 Prozent für seine Wege den ÖPNV nutzt. Und selbst in Fällen, wo ich mit dem Auto eine Stunde unterwegs wäre und mich dann manchmal, wenn ich dann nach zweieinhalb Stunden irgendwo ankomme, frage, ob ich noch alle Latten auf dem Zaun habe. Aber es ist so, dass ich, glaube ich, dieses System ganz gut beurteilen kann. Wenn Sie jetzt, ich fange mal hinten an, über Mobilitätsgarantie sprechen, dann ist jetzt die Frage, aus welchem Aspekt heraus. Mir käme es gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, auf die Taktung an, sondern auf die Sicherheit der Wegekette. Am langen Ende habe ich von dem 30-Minuten-Takt nichts, wenn mir der Bus gerade vor der Nase wegfährt und ich an irgendeinem usseligen, zugegen Ort bei schlechtem Wetter eine halbe Stunde stehe und wir alle total begeistert sind, dass wir einen Halbstundentakt haben. Was ich brauche, ist die Sicherheit, dass ich eine hohe Zuverlässigkeit habe. Herr Professor Engartner hat vorhin durchaus die Schwächen des Systems in seinem musikalischen Vortrag geschildert. Ich glaube, als Nutzer kennt man die Schwächen des Systems. Ich möchte trotz allem vor einem warnen, wo wir uns gerne auch als die eigentlich Verfechter des Systems reinsteigern, nämlich das System unglaublich schlecht zu reden. Wir wundern uns am Ende, dass die Leute das System nicht nutzen, wenn wir ihnen dauernd erzählen, wie furchtbar das System ist. Also das System hat seine Schwächen, überhaupt keine Frage und wir müssen viel, 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 viel besser werden. Und wir müssen natürlich auch vor allem im ländlichen Raum besser werden. Ich habe mal, obwohl ich durchaus weiß, dass der NWL nicht für diese ganzen letzten Bereiche zuständig ist, das Motto ausgegeben, ich möchte es erreichen, dass wir zumindest ein Angebot schaffen, dass es dem Nutzer oder dem Bürger, der Bürgerin und dem Bürger möglich macht, auf das eigene Auto zu verzichten. Ich bin dann runtergehandelt worden auf den Zweitwagen. Aber immerhin, ich glaube, ich glaube für den ländlichen Raum, für den ich ja Verantwortung trage, da kann man das durchaus dann sagen, dass das wäre ein Ziel. Aber am Ende müssen wir uns darüber im Klaren sein. Egal, was wir und wie wir es gestalten wollen, das System, das wir schaffen wollen, muss finanziert werden. Und mit dem Geld, das uns heute zur Verfügung steht dafür, ist das, was wir vorhaben, nicht finanzierbar. Und wo auch immer, wo auch immer am Ende das Geld herkommt. Wir haben, Frau Paul hat bezahlbare Mobilität als Stichwort genannt. Ich sage mal, das hat unterschiedliche Perspektiven. Bezahlbar für den Nutzer, bezahlbar für den Staat, der das System zur Verfügung stellt. Und wenn ich weniger Geld vom Nutzer hole, muss ich mir überlegen, also natürlich ist klar, wenn ich die Nutzerzahl deutlich erhöhe, kann auch das einen höheren Nutzerbeitrag leisten als heute. Aber in der Regel kann ich doppelt so viele Menschen auch nicht mit der gleichen Anzahl an Gefäßen transportieren. Das heißt, ich werde andere Geldquellen erschließen müssen. Oder aber, auch Herr Gastel hat eben das Stichwort Regionalisierungsmittel genannt, das, was geplant ist. Ich freue mich immer, wenn Regionalisierungsmittel erhöht werden. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ist der Bund derjenige, der das alles leisten muss? Die Diskussion kann man führen. Aber wir haben als Aufgabenträger die Rechnung schon mal aufgemacht, wenn wir nur das umsetzen wollen, was wir im SPNV bis 2030 alleine vorhaben, und mit dem, was wir bis 2030 vorhaben, sind wir noch weit von dem Ziel einer Verkehrswende entfernt. Brauchen wir 2030 doppelt so viele Regionalisierungsmittel wie heute? Und von einem solchen Ergebnis sind wir auch in den Koalitionsverhandlungen in Berlin weit entfernt, selbst wenn die Regionalisierungsmittel erhöht werden sollen. Dann werden solche Debatten geführt, die wir Gott sei Dank im Land inzwischen los sind, nach dem Motto, die Aufgabenträger horten nur das Geld. Das haben wir inzwischen sehr transparent gemacht, dass das nicht der Fall ist. Aber es gibt in Berlin immer noch eine weit verbreitete Meinung, dass die Länder das Geld irgendwo auf die Seite tun, für andere Dinge ausgeben und so weiter. Das kann sein, dass das dem einen oder anderen Bundesland so ist. Das kann ich beurteilen. Ich kann für Nordrhein-Westfalen sagen, dass ich den verstärkten Eindruck habe, dass das nicht so ist. Und solange wir solche Scharmitzel führen, werden wir das Ziel einer Verkehrswende, wird das in weiter Ferne bleiben. Gut, vielen Dank für die ehrlichen Worte und für die Einschätzung. Auf jeden Fall das als Auftakt aus dem Bereich NWL. Und jetzt last but not least der NVR, Dr. Norbert Reinkober. Schön, dass du da bist. Ich steige ein mit einer Frage. Ich sehe, wenn ich das so offen sagen darf, ich sehe dich noch vor mir in einer WDR-Köln-Lokalzeit, gut zehn Jahre her. Es war, glaube ich, ein Elf-Punkte-Plan, Zwölf-Punkte-Plan, Bahnknoten Köln. Damals als Zielvereinbarung. Damals, glaube ich, noch mit rührendem Staatssekretär im Verkehrsministerium. So, jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Wir sind ja nicht an dem gleichen Punkt zum Glück wie vor zehn Jahren. Trotzdem die Frage bei den ganzen Stichworten S-Bahn, Westspangen und so weiter und so weiter. Warum dauert es immer so lange, beziehungsweise bräuchten wir, also würde dem NVR zum Beispiel so was helfen, wie, dass man eine landeseigene Planungsgesellschaft gründet? Als Fragezeichen. Ich will es jetzt wirklich bewusst wissen, wo können wir Verwaltungsprozesse, also wir auch das Land, Genehmigungsprozesse verkürzen, damit Sachen schneller auf den Weg kommen oder aus der ganzen langjährigen Erfahrung, also was sind so die Stellschrauben, damit Projekte, die ja lange identifiziert sind, damit Dinge schneller umgesetzt werden. Also jetzt die Chance, das an uns zu adressieren, damit wir das ab Juli wahr machen. Und dann uns erinnern in zwei Jahren, dass es aber jetzt aber endlich Zeit wird. Ja, die Waren, vielen, vielen Dank. Als du mich vor zehn Jahren gesehen hast, mit viel, viel mehr Haaren auf dem Kopf, also das war eine harte Zeit gewesen, die wir jetzt in den letzten Jahren durchgemacht haben, aber wir sind echt weit gekommen. Und wir müssen uns nur anschauen, was draußen stattfindet. Es wird gebaut, 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 fast schon so grenzwertig, dass wir unsere normalen Alltagsverkehre nicht mehr abgebildet werden. Also das ist schon ein Balanceakt, zwischen auf der einen Seite möglichst viel auszubauen, weil das, was wir auf die Schiene kriegen, das passt alles gar nicht hinauf. In den letzten 30 Jahren ist ganz viel versäumt worden. Und auf der anderen Seite eben das zunehmende Verkehrsbedürfnis. Du hast es gerade geschildert. Wenn mehr Geld da wäre, würden wir auch noch mehr auf die Schiene setzen. Aber wir können nicht nur mit dem mehr Geld, sondern wir müssen auch mehr Trassen haben. Die Züge stehen bei uns nicht nur rund um Köln, sondern im Aachener Raum. Bei dir, Joachim, im Münsterrheiner Raum, wir stehen echt im Stau. Man sieht es nur nicht so, weil wir von Signal zu Signal fahren. Aber die Züge, wir kriegen nicht mehr Züge auf die Strecke. Viele, viele von den Eisenbahnstrecken bei uns in Nordrhein-Westfalen sind überlastet. Sie sind auch von der Bahn als überlastet angezeigt worden. Sie müssen ausgebaut worden, ausgebaut werden. Und da merkt man eben die Schwierigkeit. Wenn wir vor zehn Jahren den Knoten Köln auch einen Weg gebracht hatten mit den 15 Maßnahmen, dann sind wir jetzt schon sehr weit. Wir sind bundesweit im Augenblick die schnellsten, aber immer noch viel, viel, viel zu langsam. Wir brauchen von der Planung bis zur Realisierung 15 Jahre. Das kann ja nicht sein, dass wir so lange für die Realisierung von Infrastrukturprojekten brauchen. Das fängt an bei den ersten Planungsideen. Vom ersten Strich in der Landschaft bedarf es einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung, damit es nachher zu möglichst wenig klaren Verfahren kommt, dass wir die Bevölkerung entlang der Strecken mitnehmen, dass wir Akzeptanz schaffen und die Dinge, die die Planer in ihren Büros nicht sehen, eben frühzeitig aufgenommen werden und dann umgesetzt oder in die Planung direkt mit eingearbeitet werden, damit sie nicht anschließend erst im Genehmigungsverfahren, was auch Jahre dauert, wie will man das draußen erklären, jahrelang für eine Genehmigungsplanung, das kann man nicht deutlich machen. Und gebaut wird relativ schnell. Wenn wir es schaffen, dieses dann auch noch kundengerecht zu bauen, dass nämlich währenddessen der Güterverkehr von den Zara-Häfen in die ganze Welt weiterlaufen muss, also von Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen und die fließen alle durch Köln. Viele davon gehen dann bundesweit bis nach München, über Basel bis nach Genua. All die Verkehre müssen natürlich weiter gewährleistet werden und dann sind die Bauarbeiten aber das kleinste bliebe bei dieser ganzen Sache. Also wir brauchen eine Planungsbeschleunigung, da liegt es am wenigsten am Land, sondern dort ist insbesondere der Bund und die EU gefordert. Also das wäre vor allen Dingen mein Hauptplädoyer, wie wir schneller werden können bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten. Aber ich würde ganz gerne den Fokus wegnehmen von dem reinen Infrastrukturausbau. Wir brauchen kein Stuttgart 21. Es gibt viele kleine und mittlere Maßnahmen, mit denen wir ganz schön viel Kapazität herbeibringen. Robustes Netz ist eines der wesentlichen Dinge. Wenn in früheren Jahren die Bahn Weichen ausgebaut hat, die fehlen uns jetzt, um die Verkehre dann bei Umleitungsverkehren gut fahren zu können. Wenn in den letzten Jahren zahlreiche Anbindungen an Industriebetriebe zurückgebaut werden, die fehlen uns jetzt, um dann schnell die Lasten dann vom Lkw auf die Bahn und von der Bahn dann ans Ziel zu bringen. Aber mir fehlt im Augenblick noch bei der ganzen Diskussion der Fokus, wo entsteht denn eigentlich der Verkehr? Der Verkehr entsteht nicht auf der Landesebene, der Verkehr entsteht auch nicht auf der Bundesebene, sondern so wie Joachim das gerade erzählt hat, der entsteht im Umland von den großen Städten. Dort müssen wir Systeme anbieten, damit wir die Pendlerverkehre reduzieren, die nachher die Großstädte verstopfen. Und da ist unser Zukunftsnetz, Mobilität, was der Luis Castrillo gerade eben beschrieben hat, eines der Mittel, um den Sachverstand in die Stadt und in die Gemeindeverwaltung zu bringen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir vor Ort wieder den Sachverstand haben, um eine umweltgerechte Mobilität überhaupt erst zu gestalten. Und da hapert es im Augenblick dran. Die Stellen wurden in den letzten Jahren alle rationalisiert. Die wurden aus den Stellenplänen herausgeschrieben, Verkehr war kein schönes Thema, ist immer noch kein schönes Thema. Und deshalb war es auch ein leichtes, in den Bereichen mal locker eben die Personalkosten einzusparen. Und wir merken jetzt, dass dies fehlt. Und wir sind froh, dass wir sowohl in der alten Landesregierung als jetzt in der neuen Landesregierung und auch hoffentlich in der zukünftigen Landesregierung Geld bereitgestellt bekommen, um Berater bereitzustellen, die dann vor Ort gehen und Hilfestellungen beim Aufbau von Sharing-Systemen, bei der Umsetzung von Mobilstationen, selbst in den kleinsten Weilern, dass wir selbst in die Wohngebiete hinein, Mobilstationen bekommen. All das sind Systeme, die wir NRW-weit gerne aufsetzen würden. Aber auch dafür braucht es Geld. Vielen Dank. Freut mich, dass du es auch noch angesprochen hast. Zukunftsnetz-Mobilität ist auf jeden Fall ein stolzes Projekt. Damals in Rot-Grün hat es halt auf den Weg gekommen und von der jetzigen Landesregierung ja nicht nur weitergeführt worden, sondern auch deutlich ausgebaut worden, noch mit mehr Stellen. Und das finden wir richtig. Und da haben wir auch immer im Ausschuss, also Johannes Räumann und ich, die wir im Verkehrsausschuss sitzen, dem auch zugestimmt. Also, weil es einfach wirklich darum geht, ich will jetzt hier nicht einen separaten Vortrag halten, aber wie schaffen wir Fachexpertise in die Verwaltung zu bekommen, damit die Planerinnen und Planer und auch Menschen, die schon seit 30 Jahren in einer Stadtverwaltung arbeiten, den modernen Switch hin Richtung Mobilitätswende auch umsetzen können. Und das auch wirklich da die Skills für bekommen. Und da ist natürlich Zukunftsnetz-Mobilität, was ja bei euch federführend angesiedelt ist, ganz entscheidend. Punkt. Oder, ja, gerne. Ich habe jetzt einfach noch einen Punkt reingesprochen. Das, was uns natürlich wehtut, ist, dass es eine unterschiedliche Bewertungssystematik zwischen Straße und Schiene gibt. Wenn wir uns anschauen, dass vor Ort die Straßen bis in den kleinsten Weiler gebaut werden. Und jedes Mal, wenn wir Schienenstrecken aus- oder neu bauen wollen, wir eine standardisierte Bewertung durchlaufen müssen, wo wir den volkswirtschaftlichen Nutzen darstellen müssen, dann geht das nicht in meinen Kopf rein. Wenn wir uns anschauen, wie die Größe von Autobahnen bewertet wird, im Gegensatz zu denen von Straßen. Auch da gibt es unterschiedliche Systematiken und das müssen wir angehen, damit die Schiene überhaupt eine Chance hat bei den Finanzierungssystematiken. Das hat hoffentlich jetzt Matthias Gastel noch gehört oder wir schicken jetzt ihm als SMS oder als E-Mail hinterher. Jetzt vielleicht zum weiteren Ablauf von den fünf Gästen, die noch da sind. Mein Team hat mir übrigens hier gerade reingeschrieben, man sieht die Namensschilder nicht, aber ich habe jeweils ja erwähnt, um wen es sich handelt. Ich hoffe, dass das transparent war. Wir gehen jetzt über zu Volker Wente, der sich auch gerne auch noch persönlich nochmal vorstellen kann vom Verband der Verkehrsunternehmen oder das einmal hochhalten kann, wie auch immer. Auch danke fürs Kommen, auch in langjähriger Debatte und Verbundenheit. Meine Frage wäre, der VdV war ja aktiv oder ist ja sowieso immer aktiv, was die Frage Reaktivierung von Bahnstrecken angeht und Aufbau von Verkehrsnetzen. Jetzt gibt es dieses Zielnetz, Zielkonzeption NRW 2030, 2040 ist vorgelegt worden. Jetzt vor zwei Wochen, wir hatten es auch im Verkehrsausschuss, mit vielen guten, interessanten Projekten. Nachdem es vorgelegt war, das sah ja so ein bisschen aus, bei uns in der Fraktion, Monika Düker hat gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Burdermoden. Also das Netz meine ich jetzt, die ganzen bunten Linien. Ist da noch Luft nach oben aus der Einschätzung des VdVs im Sinne von, das ist jetzt erstmal eine Vorgabe, was man erreichen will, wenn man das schafft, ist es auch schon gut. Aber natürlich haben sich bei uns dann, erstmal haben wir das ja gar nicht vorgelegt als grüne Landtagsfraktion, sondern es kam von den Verkehrsverbünden und der Landesregierung. Aber es war jetzt nicht so, dass sich gleich 20 gemeldet haben nach dem Motto, super, unser Projekt ist drin, sondern es waren natürlich 15, die sich gemeldet haben nach dem Motto, unser Projekt ist nicht drin oder warum ist unser Projekt nicht drin. Deswegen die Frage an den VdV, ist da noch was nachzusteuern und was braucht es, wenn man es noch erweitern will, diese Zielkonzeption, um es sozusagen größer zu machen. Also Stichwort Planungskapazitäten, Planung, Finanzmittel und, und, und. Ja, vielen Dank. Luft nach oben ist immer. Überhaupt keine Frage. Man muss genau hingucken. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich gleich einen Satz warme Ohren abholen, wenn ich sage, dass man möglicherweise nicht mit der Reaktivierung der Strecke von Brilon Stadt nach Brilon Wald anfangen soll, sondern dass man wirklich mal genau gucken muss, wo sind die Verkehrsströme und nicht mit dem Einfachsten anfangen, sondern mit dem, was die größte Wirkung erreicht. Dummerweise ist es ja immer genau umgekehrt. Man fängt mit dem an, was einfach geht und da, wo große Wirkung erreicht werden kann, ist es dann ein bisschen schwieriger, weil da es auch wesentlich komplexere Interessen im Hintergrund gibt. Sicherlich muss ich zugeben, dass ich die Einzelmaßnahmen bisher noch nicht bewertet habe, weder für mich noch für den VdV. Aber im Grundsatz, es ist ja hier schon von mehreren Rednern angeklungen, wenn wir den Verkehr in die Ballungsräume stärken wollen, dann geht das eben nur mit dem Ausbau der Schiene. Öffentlicher Nahverkehr ist ein Massenverkehrsmittel, heißt also, er entfaltet da seine größte Wirkung, wo Massen, um im Bild zu bleiben, unterwegs sind. Und da haben wir ja durchaus noch einige Vorbildprojekte in Nordrhein-Westfalen. Ich denke an die erste, ich glaube, es war zumindest die erste große Reaktivierung in Nordrhein-Westfalen, Karst, Düsseldorf, Mettmann. Da sieht man, was man aus einer eigentlich praktisch stillgelegten Strecke, die dürfte heute einer der stärkst befahrenen Strecken in Nordrhein-Westfalen zumindest in dieser technischen Ausprägung sein, was da alles noch zu holen ist. Und wenn man sich darauf konzentriert, glaube ich, geht relativ viel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, was Herr Dr. Reinkober gerade schon angesprochen hat. Gute Ideen sind das eine, die schnelle Umsetzung ist das andere. Wir haben den Vorteil, dass die Finanzmittel zwar auf lange Sicht eher knapp sind, aber aktuell sind Finanzmittel in mindestens ordentlichem Umfang, ich hätte fast gesagt hinreichend, das wäre falsch, aber zumindest im ordentlichen Umfang zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten, wer schnell ist, kommt dran. Und hier ist jetzt gerade das eigentliche Problem, wir leisten uns eine Planungsbürokratie, ist der falsche Ausdruck, also ein Planungsverfahren, was im Grunde für eine schnelle Verkehrswende schlicht nicht zeitgemäß ist. Ich zwei vergleiche. Erstens, ich glaube, bis 2030 sollen die Verbrenner abgeschafft werden. Das sind von heute acht Jahre. Ich glaube, das ist die politische Forderung der Grünen. Das sind acht Jahre. Gerade ist die Bahnstrecke von Bocholt nach Wesel elektrifiziert worden und in Betrieb gegangen. Von der Beauftragung der Machbarkeitsstude bis zur Inbetriebnahme hat der ganze Spaß elf Jahre gedauert. So, Wesel, Bocholt, das ist eine topografisch vollkommen einfache Strecke, die geht 22 Kilometer geradeaus. Da sind wahrscheinlich 400, 500 Oberleitungsmasten Oberleitungsmasten aufzustellen. Also dafür überhaupt eine Planung jenseits der Bauplanung zu machen, ist im Grunde schon grotesk. So, wenn wir in diesem Maße weitermachen, dann würde ich einfach sagen, komm, lassen wir das mit der Verkehrswende sein. Nein, wir warten, bis wir Elektroautos haben, verschmieren nochmal ein bisschen weiße Salbe in Sachen ÖPNV und dann ist der Drops gelutscht. Ich will sagen, diese Verfahren dürfen nicht elf Jahre, sondern maximal elf Monate dauern. Zweiter Punkt, den Herr Dr. Reinkober gerade auch schon angesprochen hat, standardisierte Bewertung. Ihr werdet erfunden, ist dieses Verfahren in den 70er Jahren, als alle Stadtbahnen bauen wollten, also gerne auch unter der Erde, weil das damals schick war. So, Geld war auch damals schon endlich, also musste man Auswahl treffen. Also hat man dieses Verfahren entwickelt, damit man ein pseudowissenschaftliches Verfahren hat, um den einen oder anderen groben Unfug auszuschließen. Herr Gastel war ja auch beim Bundesverkehrswegeplan am Start, wenn ich recht in Erinnerung bin, da ist dieses Verfahren auch angewandt worden und wie der Zufall es will, kamen genau die Projekte als umsetzungsrelevant raus, die politisch auch gewünscht waren. Also das Verfahren ist letztlich so knetbar. Was allerdings noch viel, viel schlimmer ist, und hier spricht jetzt der Jurist, die Prognosequalität ist so grottig, dass es im Rechtssinn eine Willkür ist, nach diesem Verfahren zu entscheiden. Und wenn es dann im Rechtssinn, also bitte im Rechtssinn, nicht im umgangssprachlichen Sinne verstanden, sondern wenn das Recht im Rechtssinn eine Willkür ist, dann taucht das Verfahren nicht und dann heißt das splicht ersatzlos streichen. Ich bin mal gespannt, ob der Mut dazu da ist, wenn man wenigstens eine Evaluierung machen würde und mal fragen würde, die Projekte, die wir in den letzten 20 Jahren gefördert haben, wie werden die denn tatsächlich genutzt und wie stimmt das denn mit den Prognosen überein, würde ich wenigstens noch ein bisschen ruhiger schlafen. Aber selbst das traut man sich wahrscheinlich nicht, weil genau dann deutlich werden würde, dass dieses Verfahren letztlich so in der Form nicht geeignet ist. Und auch alle weiteren Verfahren, wir hatten Bürgerbeteiligung ja schon angesprochen, und da muss man dann auch gucken, werden diese Verfahren möglicherweise instrumentalisiert, um aus privatnützigen Interessen ein Infrastrukturvorhaben zu verhindern. Ich gebe zu, ich habe es auch ungern, wenn hinter meinem Haus eine vierspurige Autobahn gebaut wird, aber es gehört eben auch zu den demokratischen Geflogenheiten, wenn die Mehrheit etwas entscheidet, und das ist wohl abgewogen, ja, dann kann man auch mal Pech im Leben haben. Ich wohne in einer Einflugschneise von zwei Flughäfen, einer ist im Militärflughafen, und was gerade im Rahmen der Ukraine-Krise da los ist, können sich wahrscheinlich alle vorstellen. Ja, wenn ich nicht will, dass die Russen in der Ukraine einmarschieren, dann muss ich eben auch mal ein bisschen Militärfluglärm in Kauf nehmen. Das gehört nun einmal zum demokratischen Gemeinwesen, und vielleicht sollten wir das ab und an mal uns in Erinnerung rufen. Vielleicht das zu dem Thema Planungsbeschleunigung, Wiederaufbau Bahnstrecken oder Reaktivierung Bahnstrecken, Sie sehen, ich bin eigentlich guter Hoffnung, aber wie gesagt, wenn wir da jetzt nicht ernsthaft Dampf machen, wird es nichts. Danke. Gut, Botschaft ist angekommen. Vielen Dank, Frau Gervente. Und vielleicht schenken wir ihm Oropax nachher als Gastgeschenk für die nächsten Wochen. Luther Ebers ist da, Urgestein von ProBahn. Wenn man ihn zufällig mal in einer Kunstausstellung trifft, dann geht es nur 30 Sekunden um Josef Beuys und danach geht es 15 Minuten mindestens darum, warum die Verbindung von Wuppertal nach Oberhausen nicht so ist, dass er da regelmäßig hinfährt. So ging es mir jedenfalls vor ein paar Wochen, als wir uns mal zufällig getroffen haben. Fragen an dich von meiner Seite, vielleicht für die, die ihn nicht kennen, wobei wer regelmäßig Mobilitätsdebatten verfolgt, wer den WDR verfolgt, sieht ihn ja nun wirklich sehr häufig und regelmäßig. Und er ist auch regelmäßiger Gast im Verkehrsausschuss des Landtages und hört sich die Diskussionen hier auch dann vor Ort an. Zwei Stichworte. Also einmal, um auch den Link gleich hinzubekommen zu der Debatte, die wir auch noch führen wollen, natürlich um die Frage der Struktur und dann auch gleich mit André Schneider, Ingo Steiner und Norbert Scherwinski. Also, für das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, die Herausforderungen, Tim Engartner hat es in acht Punkten zusammengefasst, die Geschäftsführer der Verbünde haben das mit ihren Worten eben thematisiert, Volker Wendte mit der Planungsbeschleunigung. Kriegen wir das hin? So wie der Nahverkehr jetzt in NRW aufgestellt ist. Als Fragezeichen, ich bin auch, wenn ich das, du es gerade noch zurückgeben darf, auch gar keinen Freund von ständigen Systemdebatten. Das haben wir ja auch beim Straßenbau jetzt gerade. Also Reiser heißt jetzt Twix und dann haben wir die Autobahn GmbH im Straßen NRW quasi halbiert. Große Organisationsreformen, riesiges IT-Chaos und so weiter und so weiter hat jetzt dem realen der Straßenflagung relativ wenig gebracht, dass wir jetzt zwei Unternehmen da haben. Deswegen die Frage an dich, wie schätzt du es ein? So belassen, wie wir es jetzt haben? Oder braucht es eine andere Zusammenarbeitsform oder eine Dachorganisation oder Dachform? Blick nach Niedersachsen oder nach Baden-Württemberg als Frage. So und zweiter Punkt, Fahrgastzufriedenheit. Das ist ein Thema, was jedenfalls von eurer Seite und von deiner Seite sehr regelmäßig angesprochen wird, also Bedienqualität, Fahrpreise etc. Darüber könnten wir jetzt eine Stunde geben und du könntest es kompetent füllen. Wenn es in gut fünf Minuten geht, würden wir uns auch freuen. Ja, vielen Dank. Ich vielleicht noch mal mit anzufangen. Ich habe meine Erfahrung dann gemacht auf dem Rückweg von Buppertal in der Oberhausen. Die DB Netz es schafft, durch Vorlassen eines langsameren Zuges, der massiv verspätet war, einen pünktlichen Zug auf diesem Weg von einer Stunde mit 29 Minuten Verspätung zu versehen. Ja, das war wirklich, also mit einem RE hinter einer S-Bahn hertun, die nirgendwo überholt werden kann und dann zum Abschluss noch mal zweimal einen Güterzug davor lassen. Das war schon gut. Also, weil man offenbar inzwischen in der Fahrdienstleitung immer nur Leute hat, die können bis zum nächsten, bis zum nächsten Fahrdienstleiter denken. Ja, Hauptsache, der ist bei mir raus, dann gehen wir weiter. Nein, also für mich zeichnet sich im Moment, ich bin seit 40 Jahren im Bereich über 40 Jahren in diesem Bereich tätig, also Fahrgastinitiative seit den 80ern, aber vorher schon im kommunalpolitischen Bereich im ÖPNV tätig. Wir haben im Moment eine ganz schizophrene Situation. Wir haben die besten Zukunftsperspektiven, die wir je hatten, gerade im SPNV. Wir wollen zum ersten Mal nicht einen Fahrplan nach der Infrastruktur machen, sondern eine Infrastruktur nach dem Wunschfahrplan. Ja, das endlich mal. Wir haben vorher, alle ITFs vorher waren immer nur, was kriegen wir denn in die heutige Infrastruktur rein und die Wirklichkeit auf der Schiene. Bis dahin ist es ein langer und ganz schwieriger Weg. Und ich wohne an einer solchen Strecke, wo gerade ausgebaut wird. Was heißt gerade? 1992 fing das Ganze an, Vertrag von Warnemünde. Da wurde die B-Type-Strecke vereinbart, international mit den Niederlanden. 2003 hat man sich dann auf deutscher Seite über die Finanzierung zwischen Bund und Land geeinigt. 2003 von 97. 2007 waren die Niederländer fertig. 2012 wurde das erste Planfeststellungsverfahren von zwölfen an der Strecke eröffnet. Und bei mir zu Hause wurde es 2014 eröffnet. Wir warten immer noch auf den Planfeststellungsbeschluss. Also zu gut Deutsch, wir haben extrem lange Planungszeiten, extrem lange Genehmigungszeiten und bei uns erleben wir auch extrem lange Bauzeiten. Das heißt, man hat seit zwei Jahren eine intensivere Bauphase und die Bahn dreht dann die Schraube immer etwas enger. Am Anfang fiel von drei Zügen, fiel eine aus. Dann fuhr der zweite nur noch zweistündlich. Inzwischen heißt es, nee, nee, nur noch ein Zug in der Stunde. Spitzenzüge, nee, nee. Wir müssen die Güterzüge von den Zara-Häfen auf die Strecke lassen. Auch in der Spitzenzeit ein einziger Zug. 25 Prozent der Kapazität, die normalerweise in der Spitzenstunde fährt, wird angeboten. An den letzten drei Stationen vor dem Knoten Oberhausen kommt keiner mehr in die Züge rein. Das ist die Wirklichkeit. Vom Thema Verspätung und so weiter will ich gar nicht ansprechen. Wir haben im Moment eine Situation im Netz, dass die Masse der Baustellen, die Masse der schlecht geplanten Baustellenverkehre, also da sind oft Fahrpläne, die schlicht und einfach nicht machbar sind, Fahrpläne mit Verspätungsgarantie. Eine von zwei Zügen muss sich verspäten. Ich habe ein Dutzend Fälle gehabt, wo wirklich zur selben Minute auf dem selben Gleis zwei Züge sein sollten. Eine wurde automatisch verspätet. Und dann die ungeplanten Sachen. Also da sind Sachen, die wirklich extern sind, sei es das Hochwasser, sei es der Brand in Mülheim-Stirum, aber dann sind es auch die Sachen Störung am Bahnübergang, Störung, Signalstörung, oder das heißt ja heute immer, damit es aktiver aussieht, auf Zuginfo, Reparatur an einem Signal, Stellwerksausfall, Weichenstörung, was immer möglich ist, was da so am Tag zusammenkommt. Ich gucke jeden Tag so zehn bis 15 Mal in Zuginfo rein. Manche Tage sind gut, da habe ich nur fünf solcher Sachen landesweit. Manche Tage habe ich in der Stunde schon fünf solcher Dinge. Und dann habe ich zum Teil Zugleistungen, die sind dann auf ihrer Strecke. Hier haben die zeitgleich drei Baustellen. Zeitgleich drei Baustellen. RE5 ist ganz beliebt. Knoten-Köln, beziehungsweise Köln-Bonn, dann eben im Knoten-Köln, dann auf der B-Type. Ja, also Normalfahrplan ist die Ausnahme, Baustellenfahrplan ist die Regel. Und welcher gilt denn gerade? Weil die Baustellenzeiten, also das kann sich keiner mehr merken. Das heißt, im Moment ist es einfach so, dass der SPNV sehr schwer kalkulierbar ist und Fahrgäste, die umsteigen müssen, das noch weniger schaffen können. Das heißt also, Anschlüsse zu bekommen, ist besonders schwierig. Ich bin sehr häufig in den Niederlanden. In Niederlanden ist ein Zwei-Minuten-Anschluss wesentlich sicherer als ein Zehn-Minuten-Übergang bei der DB. Also das ist meine jetzt langjährige Erfahrung damit. Da kann ich mich, also die Anzahl der Züge, die ich in Niederlanden anschüsse, die ich verpasst habe, kriege ich, ist weniger als eine Handvoll. Und was ich hier so regelmäßig erlebe, ich versuche nach Möglichkeit, möglichst direkte Züge zu kriegen, aber auch das gelingt mir nicht immer. Und ich merke das, wenn ich mit Fahrgästen rede. Also bei uns auf der Strecke ist durch die zunehmenden Bauarbeiten, Jahr für Jahr werden das mehr. Wir haben dieses Jahr an 14 Wochenenden Vollsperrung. Übernächstes Jahr werden es 18 Wochenenden sein. Also zu guter jedes dritte Wochenende fährt kein einziger Zug. Dann auch gleich von Oberhausen bis nach Arnhem kein einziger Zug. Und dann wird höchstens an zwei, manchmal vielleicht auch an drei Stellen gearbeitet, aber nicht, dass überall gearbeitet würde. Das bringt die Leute, die eine Alternative haben, endgültig von der Schiene ab. Und die Vollsperrung, die wir haben, die sind dieses Jahr nur vier Wochen, demnächst sind es acht Wochen. Ja, acht Wochen, das kann keiner mit Urlaub ausgleichen. Also zu guter, der ist dann zwei Wochen aufgeschmissen. Und wenn ich dann teilweise eine Stunde Fahrzeitverlängerung habe pro Weg, die Leute habe ich verloren. Also das Einzige, was sicher ist, wenn die Strecke bei uns endlich mal fertig ist, kriegen wir einen wahnsinnigen Fahrgastzuwachs. Das liegt allerdings an der Basis, die wir bis dahin erreicht haben. Ja, dass wir also so viele Fahrgäste vergrämt haben. Ich hoffe nur, dass nicht dann die laufenden Fahrgastzählungen dazu führen, dass wenn das Geld mal wieder knapper wird, bei uns dann die Anzahl der Leistungen gestrichen werden. Weil da ja nicht so viele Leute drin sind. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger bei der ganzen Sache dabei und nicht mehr ganz so jung. Ich habe mir jetzt angewöhnt, irgendwelche Zahlen der Bahn, wann irgendwas kommt, in mein Lebensalter umzurechnen. Ich hoffe also, dass meine Strecke, bei mir die Strecke zumindest bis Wese, bis zu meinem 80. Geburtstag fertig ist. 2040, wenn ich das noch erlebe, aber das Einzige, wo ich ganz sicher bin, DB Netz hat wirklich eine Kernkompetenz und die heißt Verspätung. Das gilt nicht nur bei dem Züge durchlassen, sondern das gilt auch mit den Baumaßnahmen. Was war Bocholt? 2018 hieß es zuerst Ende fertig, 2020 hieß es dann, dann hieß es Ende 2021 und dann hat man zwei schöne Ausreden gefunden, warum es dann noch mal sechs Wochen später war. Irgendwer hat Kabel geklaut und dann ist auch noch Corona in so einer Bautruppe aufgetaucht. Also tut mir leid. Mir fehlt inzwischen der Glaube mit dem so organisierten DB Netz, wie es im Moment ist und ich beobachte, wie in Niederlanden gebaut wird, wie schnell die irgendwelche Sachen machen. Kurz hinter der Grenze für den Verkehr nach Deutschland wird jetzt ab März ein sechs Kilometer langer Abschnitt auf Zweigleisigkeit ausgebaut. Zwei Monate Vollsperrung dafür und Ende des Jahres die Inbetriebnahme. Eine Strecke, wo eine ganze Reihe Brücken dafür erweitert werden müssen oder neu gebaut werden müssen. Das ist dann eine Sache, wo man die Leute bei der Stange halten kann. Aber wie es hier geht bei uns, also mindestens bis 2027 immer wieder solche Sperren. Damit kriege ich die Leute mürbe. Und dann, ich kann bei vielen Strecken, und das gilt auch für die Hauptausbaustrecken RRX, Lysburg-Düsseldorf beispielsweise, hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Ich kann die Leute heute nicht davon überzeugen, auf den Zug umzusteigen, zumindest dauerhaft, also zu sagen, ich nutze den jetzt immer, weil ich weiß, in den nächsten zehn Jahren habe ich so viel Baustellenzustände, so viel Einschränkung, dass die Leute nach ein, zwei Monaten spätestens abspringen und sagen, das geht ja gar nicht. Und wir müssen zusehen, dass wir deutlich besser Fahrgast schonen bauen, Fahrgast schonen und nicht nur das Wort in den Mund nehmen. Das wird ja jetzt heute regelmäßig gesprochen. Nur dann, nur mit einer kalkulierbaren Bahn werden wir auch die Fahrgäste gewinnen. Und der SPNV ist wirklich das beste Mittel, um Leute aus dem Auto rauszubekommen. Aber er muss wieder kalkulierbar werden. Luther, danke. Organisatorisch, ganz kurz, zwei Worte zum Organisatorischen. Wir haben in NRW und vor allen Dingen hier bei uns im VRR die besten Möglichkeiten, regional auf den Nahverkehr einzuwirken. Ich habe mir die Landesnahverkehrsgesellschaften angesehen. Da leitet das Ganze ein Aufsichtsrat, da sitzen drei oder vier Ministerialien, ein Landrat, ein Bürgermeister oder Oberbürgermeister und das war es dann. Das ist doch keine Regionalisierung. Und ich habe nirgendwo erkannt, wie dort Kommunen zum Beispiel auf den Nahverkehr einwirken können, auf den SPNV. Und wir haben bei uns in den Verfahren zu den Nahverkehrsplänen überall deutliche Einwirkungsmöglichkeiten, öffentlich, transparent. Ich will jetzt gar nicht davon reden, was für Privilegien wir beim VRR haben. Wir sitzen ja sogar in den Gremien drin und können da jederzeit mitreden. Das ist wirklich ein Nahverkehr von unten nach oben. Den möchte ich erhalten wissen. Ich habe Kollegen, die arbeiten in Niedersachsen bei der LNVG oder bei der NVBW in Baden-Württemberg. Die haben ihr ganz kleines Arbeitsgebiet und vom Rest kriegen die gar nichts mit. Dieses große Denken in dem Gesamtsystem ist in unseren Zweckverbänden gut aufgehoben und das sollte erhalten werden. Das Land soll koordinierend tätig werden. Dazu gilt es dann auch, gewisse Auswüchse, die mal hin und wieder passieren. Herr Rheinkube, ich gucke sie jetzt an. Neue Fahrzeuge zu bauen, um ganz sicher sagen zu können, bis 2062 kriegen wir keine barrierefreie S-Fahnen in ihrem Raum. Lothar, du müsstest jetzt so spannend, dass es einmal die Kurve kriegen, weil sonst kriegen wir die immer nicht mehr. Ja, das war die Kurve. Das muss sich jetzt noch loswerden. Da hätte das Land aus meiner Sicht rechtzeitig sagen können, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und genau, sie haben es geschafft, da irgendwelche Sternchen in die Vorlage zu bekommen, dass sie das doch dürfen. Bis Aufsicht vom Land, Koordination, ja, sehr gut geeignet bei uns, die Kompetenzzentrum dafür gibt, KCITF, KCM und so weiter. Ich will sie gar nicht alle erwähnen. Das ist eine Struktur, die ist vorbildhaft. Und gerade was die Grünen angeht, frag doch mal in Baden-Württemberg, wo die denn fast alles abgekupfert haben, was die dann unter Winfried Herrmann neu gemacht haben. Da ist drei Viertel aus Nordrhein-Westfalen nachgemacht. Ja, das war's. Ja, vielen Dank für deinen Input, für die ganzen Einschätzungen und natürlich auch mit der Perspektive, dass du es noch erleben willst, aber wir alle wollen es sowieso erleben und dass wir einfach schneller werden müssen. Das war jetzt ja auch mal ein Plädoyer. Gut, dass auch diese Organisationsfrage jetzt am Ende war, also am Ende deines Inputs, weil damit würde ich jetzt zu Anke Schneider überleiten. Schön, dass du da bist, Fraktionsvorsitzende der Grünen im NWL, also wo wir eben Joachim Künzel hatten, als den Geschäftsführer. Ich würde gerne dir zwei Fragen mit auf den Weg geben. Gleichzeitig auch betonen, die Debatte im Chat läuft hoch und ist sehr spannend. Wir zeichnen ja diese Veranstaltung auf. Das heißt, Wortbeiträge sind nicht verloren. Das haben ja einige Leute eben auch links eingestellt, also beispielsweise Vorträge von Heiner Monheim und anderen. Vielen Dank dafür. Also das ist eine ganz rege Debatte, die auch parallel läuft zu unserem Input. Also Anke, folgende Fragen. Natürlich einmal die Frage nach dieser Organisationsform und beim NWL ist es ja auch so, im Gegensatz jetzt zum VRR. Ihr seid ja für den SPNV verantwortlich. Frage Ausweitung ÖPNV, also Stichwort Expressbusse etc. Würdest du sagen, das würde Sinn machen, also dass der NWL beispielsweise auch diese beiden Standbeine bekommt und Frage, Lothar hat es ja eben am Ende seines Inputs gehabt, Vorgaben vom Land, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also würdest du sagen, es braucht mehr Direktiven seitens des Landesverkehrsministeriums in Richtung der Verbünde oder in deiner Einschätzung, du machst es jetzt ja auch schon viele Jahre, ist sozusagen die jetzige Organisations- und Arbeitsform eigentlich die richtige, was glaube ich im Plädoyer von allen war, ist schnellere Umsetzung. Das haben wir jetzt auch klar mitbekommen, dass Planungsprozesse schneller laufen müssen. So, aber jetzt die Frage, Interventionen des Landes, Fragezeichen, Ausrufezeichen, würdest du dir mehr wünschen oder eher bei Behaltung des Status Quo? Okay, ich fange mal damit an, dass ich mich hier relativ unsicher fühle. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema, mich in so ein Ding, hier in so eine Runde zu setzen. Aber ich wollte nicht kneifen, weil ich auch weiß, wie wenig Frauen sich hier hintrauen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es und ich komme trotzdem. Tue ich auch. Ich bin Überzeugungstäterin. Ich habe mit 18 mich nämlich dazu entschieden, keinen Führerschein zu machen. Deswegen kann ich von dem, was ich hier sage, ganz aus vollem Herzen erzählen, weil ich habe nicht die Chance, auf dem Auto umzusteigen. Ich kann ja gar nicht fahren. Also freiwillig habe ich keinen Führerschein gemacht, wohne aber auch Gott sei Dank so, dass ich ruckzuck am Bahnhof bin und auch meine Busse gut erreichbar sind. Also es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich wusste, dass ich damit klarkomme. Ich wollte es den Leuten beweisen. Also das ist so zur Vorrede. Im NWL sind wir stark gewachsen bei den Grünen. Wir sind jetzt doppelt so groß geworden und wir haben das erste Mal alle Regionen mit am Tisch, also von den Grünen. Und das ist ein Qualitätssprung bei uns. Wir haben bis jetzt nur Ostwestfalen, in das Münsterland und mich aus dem Kreis Unna sozusagen da gehabt. Und das war wirklich sehr eingeschränkt. Die Sicht, wir können jetzt endlich weiter gucken. Wir können auch ins Sauerland gucken, kriegen da auch ganz guten Feedback und ab und an mal auch Anregungen. Es wird alles viel klarer. Und ich glaube, wir sind jetzt auch viel besser aufgestellt, was das angeht, weil das war wirklich schwierig mit so wenig Leuten aus so wenig Bereichen. Also bis zur letzten Kommunalwahl und das hat, wie gesagt, bei uns einen Quantensprung erreicht. So, das jetzt zur Vorrede. Aber du hast mir zwei Fragen gestellt und das eine würde ich beantworten mit, es gibt ja diese Schnellbusförderung und da haben wir zumindest einen Fuß in der Tür, dass wir, wenn wir die Schnellbusförderung ausgeben, gucken können, wo ist sie sinnvoll? Und es ist ja auch schon was zustande gekommen. Also es wird ja jetzt ein bisschen auch in diese Schnellbus-Geschichte investiert, da, wo es eben nicht klappt, so schnell wie zum Beispiel, ich habe es mal in dem Chat gelesen, da kamen, mal schnell einen Bahnhof zu schaffen. Das ist halt, wir waren da gerade bei Planungszeiträumen, das ist wirklich schwierig, da mal schnell irgendeine super kluge Lösung hinzukriegen, wo dann auch alle mit glücklich sind, weil der Bahnhof wäre ja dann auch nicht mitten in der Stadt und da gibt es aber zumindest einen Schnellbus-Knoten, da kann man, also ich finde, das ist da schon ganz ordentlich, natürlich geht immer mehr und es ist auch absolut legitim, dass sich eine Stadt in der Größe einen Bahnhof wünscht und wir untersuchen es auch weiter fleißig. Also ich glaube, dass wir da schon auf einem Weg sind und da könnten wir vielleicht ein bisschen mehr machen, aber eigentlich sind wir für Schiene zuständig. Das Geld kommt aber halt vom Land und wir sind dazu, ja, ja, zugekommen, das weiterzugeben und machen das auch gern. Die zweite Frage ist, was brauchst du vom Land an Struktur? Also wir sind ja nicht die, die die Infrastruktur schneller machen können, wir vor Ort. Also wir sind ja nur die, die die Verkehre dann hinterher fahren lassen. Ich glaube, dass wir aus den Regionen, eben das habe ich ja gerade begründet, dadurch, dass wir jetzt endlich mal alle Regionen sehen können bei uns, also auch Speicher dafür haben, ganz gut wissen, wo man was braucht. Also wo ist die Reaktivierung nötig? Und ich finde das mit der standardisierten Bewertung auch extrem schrecklich, dass es uns so ausbremst, wenn wir wissen, dass eine Strecke, die hat Potenzial und wir sehen das, aber wir können, wir können nichts machen und sind die Hände gewonnen. Wir sind in diese bekloppten, wie ich das so sage, in diese bekloppten Strukturen eingebunden und müssen warten, bis da eine Eins rauskommt und besser, größer Eins, der volkswirtschaftliche Nutzen, obwohl man es eigentlich sieht, was da geschehen kann. Also ich weiß nicht, ob Ersatzlos streichen und der Schnellere, ich komme aus Westfalen, so schnell sind wir nicht, aber da habe ich ein bisschen Angst um uns, das würde ich nicht so gerne ersatzlos streichen, aber klügere Lösungen als das, was wir da jetzt haben, das wäre schon toll. Das ist halt die Frage, ist das auf Landesebene richtig angesiedelt? Wahrscheinlich ist das ja wieder eher die Bundesebene. Vom Land würde ich mir, wenn ich mir ganz privat was wünschen dürfe, übernehmt einfach die Tarife. Macht was, dass eben nicht der, bei uns ist es ja der Westfalen-Tarif, dass der kleine Busunternehmer genauso viel Mitspracherecht beim Tarif hat, wie der große NWL. Also das wäre etwas, was aus meiner Sicht total hilfreich wäre. Punkt. Vielen Dank für deinen Input und auch mit einer Schlussforderung, die wahrscheinlich auch nicht von allen geteilt wird und die Debatten, ja, das ist doch super. Dafür ist die Runde da. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir gehen weiter von Westfalen ins Rheinland zu Ingo Steiner. Ihr macht das alle drei seit, seit vielen Jahren. Ingo, das ist, was eben auch von Anke angesprochen worden ist. Also die, die Frage sozusagen, wo laufen eigentlich Entscheidungen? Aus deinem, äh, ganzen Kapital an Erfahrungen. Welche, welche Rolle spielt Politik, also die sozusagen dann auch Parteipolitik, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im NVR, eigentlich bei der, bei der Entscheidung über zentrale SPNV-Projekte? Begleitet ihr? Gibt es eigentlich sowas wie, ähm, auch Koalitionsbildung, wo man ganz klar sagen kann, wie auch immer bei uns in der Region funktioniert das nur zwischen, jetzt ist gegriffen, zwischen CDU und, äh, Grünen, weil mit der FDP kann man solche Projekte gar nicht voranbringen oder wie auch immer. Also auch für die Leute, die jetzt zugucken, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen, wie, wie fallen eigentlich Entscheidungen in dem Zusammenhang? Ähm, erlebst du häufig widerstreitende Interessen in diesem Bereich oder ist es eher, dass man grundsätzlich bei den zentralen Projekten an einem Strang zieht? Das wäre jetzt so meine, meine Hauptfrage an dich. Du darfst aber auch, sollst auch gerne was zu dieser Organisationsfrage sagen und sagen dürfen. Ja, vielen Dank, Arndt. Um auf die Frage einzugehen, ich sage mal, 90 Prozent der Entscheidungen in den Gremien des NVR fallen einvernehmlich. Aber was halt ein großer Empfund ist und den haben wir insbesondere als Grüne, dass also viel Fachexperts in die Diskussion mit eingebracht wird. Geht es um die Ausstattung von Fahrzeugen mit Sitzen? Beim RE5, RX war da die große Diskussion mit Begehungen, wo gesagt worden ist, dieser Sitz hier ist eigentlich nicht geeignet von Leuten, die einfach den SBNV nutzen und dann ihre Erfahrungen mit einbringen. Und das ist ein großer Fund. Dann auch die regionalen Gegebenheiten. Anke, du hattest das Thema Schnellbusförderung aus dem ÖPNV-Gesetz angesprochen. Wir haben das ja im NVR, das liegt mit Sicherheit auch an der guten Bearbeitung durch Andreas Falkowski im NVR, der halt da federführend die Schnellbussachen auch bearbeitet, sehr viel schon auf den Weg bringen können. Im Rhein- und Rhein-Siegkreis haben wir schon Schnellbuslinien, die erfolgreich fahren und die Leute dann zur Schiene bringen vom ländlichen Raum. Und dann haben wir auch da den Vorteil, dass halt wir auch die Leute dann gezielt zu den Bahnhöfen bringen können und den ÖPNV attraktiver machen. Und ich weiß, dass wir im NVR, auch im Rhein-Siegkreis da relativ weit vorne sind. Und ich wünsche mir, dass halt auch insbesondere der andere ländliche Raum, insbesondere bei euch, Anke, da auch von profitiert. Und da muss einfach, glaube ich, auch in diesem Bereich viel mehr Geld noch rein, um das noch stärker auszubauen. Aber nochmal der entscheidende Punkt, wo wir eigentlich meistens uneinig sind in der Politik, das ist, wenn es um Tarife geht. Und wir haben halt die Besonderheit, dass wir im geschlossenen Ökosystem der ÖPNV-Finanzierung festhängen. Entweder zahlt die Kommune der Fahrgast oder das Verkehrsunternehmen und dadurch dann letztlich doch wieder die Kommune dies ausgleichen muss. Und wenn wir hier nicht mehr Geld reinbekommen in das Ökosystem, von außen, von Land und von Bund, dann werden wir das nicht aufbrechen können. Dann hilft es auch nicht, wenn die Tarife beim Land liegen, wenn der Land gleich kein Geld reinbringt. Und das ist ein großes Defizit, was wir heute beim Verkehrsministerium sieht, wo ganz klar die Ansage gekommen ist, das Land stellt keine Zuschüsse für Senkung von Tarifen zur Verfügung. Und die brauchen wir. Wir brauchen noch andere Maßnahmen. Ich habe es in einer umfangreichen Stellungnahme unserer Fraktion an die Verhandlungsgruppe beim Bund für den Koalitionsvertrag mit formuliert. Es gibt viele Aspekte, auch rechtliche Sachen, die wir machen müssen. Aber da müssen wir ran. Da müssen wir auch, wenn wir in die Regierung kommen, NRW ran. Sonst schaffen wir es nicht, die Tarife zu senken und den ÖPNV attraktiver zu machen. Da sprechen wir gar nicht von der Frage Bürgerinnen-Ticket, was dann als finale Ziel auch im Wahlprogramm formuliert ist, wo es hingehen soll. Aber wir müssen halt hier mehr Geld reinbringen. Ein anderes Problem, was wir haben, ist die Frage der DB. Ich habe gerade sehr interessiert, die acht Punkte von Professor Engert notiert. Ich kann hinter jedem Punkt einen dicken Haken machen. Das Problem ist nur, ich bin jetzt vorne an der Front und muss dann gucken, dass wir da auch möglichst viel erreichen und da stößen wir auf Widerstände. Und wenn die DBahn als profitorientiertes Unternehmen dann bei Neubaumaßnahmen wie bei uns die S13 über Jahre streckt für eine kurze Teilstrecke eines dreigleisigen Ausbaus fast 20 Jahre braucht, dann hat das mit ÖPNV-Förderung nichts mehr zu tun, dann hat das auch nicht mehr zu tun. Das liegt einfach daran, dass einfach die Bahn da die Kosten dann versucht irgendwie auf Jahre zu strecken, um da möglichst dann auch mit den Bilanzen dann positiv dazustehen. Und dann ist es der richtige Ansatz, der im Koalitionsvertrag steht, halt die Infrastruktur dann nicht mehr gewinnorientiert zu machen, sondern halt im Interesse dann der Projekte auszubauen. Ein anderes Problem, wir bauen gerade eine Stadtbahnlinie von Bonn über Niederkassel nach Köln. Da soll eine Reihenquerung gebaut werden, wo die Autobahn GmbH eine Autobahnbrücke plant und dann sagt die Autobahn GmbH, wir sind für Schienen und Strecken nicht zuständig, wir bauen nur Straßen. Das kann nicht sein, da brauchen wir auch keine Autobahn GmbH, da brauchen wir eine Infrastruktur GmbH, die gleichberechtigt Fahrradwege, Schienen und Autostrecken plant und nicht nur Autobahnen. Und das sind die Defizite, die wir im Land NRW auch haben, wo wir ran müssen und wo wir einfach auch eine Verschiebung brauchen in Richtung halt der Mobilität, die auch klimafreundlich ist, die umweltfreundlich ist und die auch angenommen wird. Und ich merke, und da bin ich halt, mein Sieger, da sind wir da relativ gut aufgestallt, wir auch eine sehr gute Fachabteilung haben, wir bauen den ÖPNV im ländlichen Raum aus mit dem Ergebnis, er wird auch angenommen. Es ist ja nicht so, wenn man mehr die Takte verdichtet, dass dann die Busse leer sind. Nein, die Busse waren vor Corona sehr voll, jetzt erholen sie sich langsam. Aber wenn man den Mut hat, in den Ausbau reinzugehen, dann wird es auch angenommen und diese Kurve muss man kriegen und dafür brauchen wir einfach im System mehr Geld. Und dass die Regionalisierungsmittel erhöht werden sollen, aber ich bin da ganz, ich weiß gar nicht, von wem es kam, da müssen wir in Richtung verdoppeln denken und da muss das Geld woanders dann halt im Prinzip eingespart werden, bei nicht klimafreundlichen Verkehrsmitteln, bei nicht klimafreundlichen Maßnahmen, sondern wir müssen den ÖPNV unterstützen und fördern, nach vorne bringen und da muss das Geld rein. Ja, Ingo, vielen Dank. Das ist ja auch ein Punkt des Koalitionsvertrages, wo jetzt festgelegt worden ist, dass erstmals mehr Geld im Jahr aus dem Bundeshaushalt in die Schiene fließen soll, als in die Automobilmobilität, also in den Ausbau von Straßen etc. Das war ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch nicht der Fall. Danke für deinen Input. Ich habe parallel gelesen, dass Rolf Boy auch Beiträge hatte im Chat. Dein Kollege aus dem NVR, ich glaube stellvertretender Fraktionsvorsitzender und mein und unser gemeinsamer, Josefin und ich, früherer Kollege im Landtag in der letzten Legislatur. Rolf war federführend für diese ganze Frage, ÖPNV und Bahnpolitik und war unser grüner Fachmann in der Enquete-Kommission. Also es sind ganz viele Expertinnen und Experten mit dabei, wie man im Chat sieht. Das nur noch als Hinweis. In der letzten Legislatur gab es eine sehr gute Enquete-Kommission. Das ist ja mal abseits des Parteienstreites. An einem Fachthema arbeiten, sich Expertise von außen reinholen. Es gibt einen sehr guten Abschlussbericht. Leider hat die jetzige Landesregierung wenig von dem umgesetzt. Aber für die, die da neugierig sind, das gibt es natürlich auf den Servern des Landtages abzurufen. Und Rolf hat damals sehr viel Arbeit da reingesteckt, zusammen mit Gisela Nacken und anderen. Und wer sich dafür interessiert, einfach googeln und sich die Sachen angucken, weil vieles von dem, was drinsteht, muss noch umgesetzt werden. So, last but not least, Norbert Schewinski, das Pendant zu Ingo und zu Anke Schneider hier in dieser Region im VRR, also bis Düsseldorf. Du bist auch langjähriger Düsseldorfer Ratsherr und hast mich sehr auf Stand gebracht, was diese ganze Frage Abelio angeht, weil du da an vorderster Front die Sache mitbekommen hast. Stichwort Betriebsgesellschaft. Wir haben ja da auch geguckt in Richtung Wahlprogramm, wie formuliert man es? Und du warst derjenige, der das auch massiv in die Debatte mit eingebracht hat. Also auch an dich die Frage, Interventionsmöglichkeiten, Veränderungen in der Struktur, dass du über deine Position skizzierst, auch aus deiner langjährigen Erfahrung. Und als zweite Frage vielleicht noch an dich, Problemkreis ÖPNV-Anschluss und SBNV, also diese Verbindung sozusagen im Netz, die ja häufig auch angesprochen worden ist. Es gibt eine ganze Reihe von Städten, die da Schwierigkeiten machen, hier auch beim VRR, zum Beispiel Kleber als Stichwort. Also wenn du da sozusagen auch noch einen Punkt setzen könntest und möchtest. Ja, gerne zu der ersten Frage knüpfe ich an das, was Tim Engartner gesagt hat. Da würde ich nämlich bei Punkt sieben kein intramodaler Wettbewerb, sondern intermodaler Wettbewerb widersprechen. Und da komme ich dann zu der Betriebsgesellschaft, weil ich bin schon froh, dass die Verkehrsunternehmen nicht mehr Radverkehr als Konkurrenz sehen, sondern merken, wir müssen vom Umweltverbund reden. Bei Güterverkehr würde ich auch sagen, geht nicht um Schiene oder Straße, da geht es auch nur um intermodaler. Und bei der Frage von Wettbewerb auf der Schiene, wir waren 2006 mit der Fraktion der Grünen im VRR in Frankfurt und die Grünen in Hessen waren damals völlig begeistert vom Wettbewerb, Traffic und so, wir schreiben alles aus. Wir haben damals schon gesagt, diese reine Lehre, dieser Glaube an den Wettbewerb, der hat uns damals nicht überzeugt. Aber genauso bin ich der Meinung, dass zu sagen, gar kein Wettbewerb auch gut wäre, es greift auch zu kurz, denn wir haben gute Erfahrungen gemacht in den Verbünden. Wir haben eine sehr träge Staatsbahn dazu gebracht, dass selbst wenn die DB Ausschreibung gewinnt, ist es günstiger für die Verbünde und die Kundenzufriedenheit auf diesen Linien ist höher. Das heißt, wir haben effizienter und günstigere Ergebnisse gehabt. Deshalb haben wir gesagt, das ist gut, in gewisser Weise in den Wettbewerb zu gehen und jetzt haben wir aber festgestellt, der hat Schlagzeite bekommen. Alle Verkehrsunternehmen, nicht nur Abelio, haben gesagt, die Verträge sind nicht mehr auskömmlich. Dann haben wir uns angeguckt, woran liegt das? Wir haben aber vorher schon gesehen, wenn wir in so großen Räumen ausschreiben, dann können sich nur so ein paar Staats-, Töchter und Söhne das leisten und haben deshalb im VAR gesagt, dann schreiben wir doch die Fahrzeuge aus, kaufen die Fahrzeuge und stellen die dann im Wettbewerb zur Verfügung. Das war ein durchaus umstrittener Schritt, der aber unter dem Strich auch gut gelaufen ist, weil das hat allein dazu geführt, dass die Bahnindustrie gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt bewerben für ein großes Paket und wir haben gesagt, ihr müsst uns nicht nur die Fahrzeuge liefern, sondern ihr müsst dafür garantieren, dass sie 30 Jahre fahren. Und dann sind die auf die Idee gekommen, oh, da muss er ja wegen jedem kaputten Klo in einem Wagen den ganzen Zug stilllegen und sind darauf gekommen, dass man das auch modulmäßig machen kann. Das heißt, das hat auch Innovationen gefördert. Und jetzt sage ich, mit der Causa Abelio sind wir aber in eine sehr schwierige Situation gekommen. Das betraf ja auch alle drei Verbundräume, den VR am stärksten, weil wir die meisten Abelio-Verkehre hatten. Und wir haben gesagt, Mensch, die können uns ja auch erpressen mit den Notvergaben etc. Wir haben doch eigentlich sowas wie die Regiobahn. Eine Verkehrsgesellschaft in öffentlicher Hand, da sind ein paar Kommunen betroffen, das ist die Regiobahn Carsten Mettmann, von der Herr Wenkel gesprochen hat. Die wäre tot, wenn nicht damals die Kommunen gesagt hätten, wir kaufen die Strecke, wir gründen eine Verkehrsgesellschaft, wir wollen, dass da was fährt. Und haben gesagt, eigentlich brauchen wir eine Option als Ergänzung, dass man auch einen in kommunalem oder im öffentlichen Besitz befindliche Verkehrsunternehmen hat, den man dann bei Ausschreibungen beteiligen kann und im Notfall auch dann da die Notvergabe machen kann, um nicht von den einzelnen EVUs abhängig zu sein. Wir nennen das extra nicht Landesverkehrsgesellschaft, weil Landesverkehrsgesellschaft ist immer das in der Debatte gewesen, wir machen eine, wir entmachten die Verbünde und machen dann so eine Landesbehörde. Ich rede von einer landesweiten öffentlichen Verkehrsunternehmen und da wäre die Diskussion, die haben wir jetzt bei uns im VHR begonnen, auch mit CDU und SPD, zu gucken, können die Verbünde gemeinsam mit Beteiligung des Landes so eine Verkehrsgesellschaft gründen, weil die Regiobahn ist zu klein, die hätte das jetzt gar nicht stemmen können. Aber dazu sagen, nicht den Wettbewerb ja oder nein, sondern ergänzen um diese Sache. Und genauso sind wir skeptisch, wenn es dann heißt, warum macht er nicht ein Verkehrsunternehmen ÖPNV im Ruhrgebiet? Da ist auch wieder die regionale und kommunale Beteiligung, was sowohl Lothar Ebers gesagt hat, aber auch Anke Schneider gesagt hat, es macht Sinn, wenn Kommunalpolitik mit dabei ist. Ohne die Grünen in den Verbünden gäbe es das Sozialticket nicht. Das war eine Forderung. Wir haben damals gesagt, wir koalieren mit dem Partner, der mit uns das Sozialticket durchsetzt. Das war dann erstaunlicherweise die CDU. Aber gut, wir haben bei dem Young-Ticket massiv darauf gedrängt. Wir haben in den VR-Gremien gesagt, warum sind eigentlich nicht ProBahn und VCD auch mit beratender Stimme dabei? Also so auf die Kundensicht zu achten. Und das würde bei so einer Landesbehörde viel, viel schwerer sein. Deshalb ist das gut. Und jetzt komme ich zu der anderen Frage mit dem ÖPNV. Bisher haben die Verbünde nach meiner Wahrnehmung eigentlich gesagt, okay, wir legen die Tarife fest und wir bestellen den Verkehr. Und im ÖPNV-Gesetz steht auch die Aufgabe, den ÖPNV zu koordinieren. Da hatte man bisher immer ein bisschen Schiss. Wir haben jetzt bei uns auch einen Prozess, wo wir gesagt haben, ja, wie können wir denn die Nahverkehrspläne synchronisieren, harmonisieren, damit die Anschlüsse an den Stadtgrenzen nicht brechen und eben SPNV-Takt und der Anschluss. Das ist die Frage, es ist Mist, wenn man 30 Minuten im Regen steht. Das ist so. Und da ist, glaube ich, eine Forderung, wo ich auch vom Land was erwarte, mehr, nicht Druck ausüben, aber Anreize geben. Und wenn es Geld gibt vom Land, muss man das auch durchaus knüpfen mit Forderungen. Also dass ein Kreis Kleve sagt, wir geben keinen Cent in den ÖPNV, sonntags muss bei uns kein Bus fahren, da sind die Schulen ja zu, ist ein Unding. Das ist eine Weigerung. Und da würde ich mir wünschen, dass das Land eben auch uns als Verbände stärkt und sagt, so kann es nicht laufen, das heißt Mobilitätsgarantie, etc. Vielleicht noch einen Punkt zu der Frage nach Planungsbeschleunigung. Es wird hier mal gesagt, da sind die ganzen Umweltverbände und so. wir planen auch eine Stadtbahn, auch mit Rheinquerung und die Mitteilung des Bundeswasserstraßenamtes, weil man ja den reinquert, ist die Bearbeitungszeit dauert 36 Monate. 36 Monate überlegt das Bundeswasserstraßenamt, was wohl eine Brücke erfüllen muss, die über den Rhein geht, der an dieser Stelle sein Bett seit 100 Jahren nicht mehr geändert hat. Und da sind viele Punkte, das würde ich jetzt auch an Herrn Gastel geben, wo man denkt, da kann man noch ganz viel umschleunigen. Eine Schwierigkeit werden wir haben, die schönen Reaktivierungen von Strecken sind nicht ohne. Also da gibt es die schönen Tunnel zwischen Wuppertal und Witten, da sind jetzt Fledermäuse drin. Es gibt die Nordbahntrasse in Wuppertal, das ist ein super erfolgreicher Radweg. Also das wird auch uns noch mal vor Herausforderungen stellen, aber es soll uns nicht abhalten, nur so wie es in den Plänen war, ließ sie sich das nicht umsetzen. Gut. Ja, vielen Dank Norbert, das war auch noch mal fulminant und auf den Punkt. An alle erstmal, alle Experten, Experten, danke für ihren und euren Input. Bei Josefine Paul war es so, wir haben nächste Woche eine volle Sitzungswoche, eine Fraktionsvorsitzende muss das vorbereiten, die sagte am Anfang, ich kann so ein Stündchen bleiben, jetzt bis du zwei Stunden geblieben hast, sozusagen eine volle Dröhnung Verkehrspolitik mitgenommen, das freut mich sehr, dass du so intensiv da warst und jetzt im Wahlkampf sicherlich auch bei vielen Terminen und bei Gesprächen da ja auch einfach auf Stand bist und die aktuelle Debatte kennst. Danke, dass du dabei warst. Prima. Gut, jetzt nehmen wir uns noch, wir haben gesagt bis acht, ich würde jetzt mal sagen eine Viertelstunde noch Fragen konzentriert, es sind eine ganze Reihe, also die Debatte läuft ja sowieso auf Hochtouren, waren so in der, in Hochzeiten waren wir 160 Leute jetzt in der Schalte. eine Frage, die immer wieder gekommen ist und deswegen würde ich die jetzt sozusagen so, jetzt nicht von einem Fragesteller, einer Fragestellerin, sondern es waren bestimmt 15, die mit dem Thema kamen oder 20, nochmal konzentriert an die Geschäftsführer der Verbünde als erstes geben wollen, nämlich die Frage, die uns auch lange beschäftigt, nämlich Tarifangleichung, einheitlicher Tarif, NRW-Tarif, wir sind jetzt ja auch mit dem Easy da auch am Start, also wie kriegt man eine Tarifharmonisierung hin und das würde ich an, ja, 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 ich weiß, der ist schon am Redner, bevor ich die Frage zu Ende habe, das ist doch gut. Ich habe gedacht, dieses Thema Tarif, weil ich den Chat auch gesehen habe, ist noch ein bisschen, Frau Schneider hat ja auch gerade noch mal ein bisschen was zum Tarif gesagt und auch Ingo Steiner hat ja das Thema Tarif, ist ja im Grunde eine Finanzierungssäule von uns und ich hätte mich, ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet, weil ich gesehen habe, dass so viele Meldungen sind und Josephine Paul hat ja am Anfang auch gesagt, es muss bezahlbar sein, ja, und ist ja auch das Thema, denke ich, nachher in Kooperationsvereinbarung auf der Bundesebene, Gastel hat es vorhin nicht erwähnt, ist es nicht aufgenommen worden, aber sehr wohl unter wir wollen bezüglich Tarif ins Gespräch kommen und ich glaube, das ist schon ein Megathema, was wir spüren. Ich würde es gerne in drei Teile aufteilen, wie wichtig ist eigentlich das Thema Tarif zu den Entscheidungskriterien, zum Tarifsystem und zur Tarifniveau, also Höhe, ja. Entscheidungskriterium, das muss einfach allen, die hier politisch aktiv sein, klar sein, vom Kunden gefragt, ist erstmal das Angebot das Allerwichtigste, zuverlässig, eine hohe Dichte, das ist das Hauptentscheidungsriterium, das ist der Basisfaktor, ja. Und das, das ist auch in der Debatte gut gewesen, dass wir uns darauf auch nochmal konzentriert haben, das müssen wir bezüglich Verkehrswende ausbauen, da müssen wir schneller rankommen, da müssen wir verschiedene vorgehen. Danach kommen erst Faktoren wie Tarif spielen eine Rolle, ja. Und das müssen wir uns einfach klar sein, dann komme ich zum Tarifniveau. Wir im VAR haben Einnahmen von 1,3 Milliarden, die aber trotzdem nur 50 Prozent der Kosten decken. 50 Prozent der Kosten werden nur durch diese Säule gedeckt. Und uns muss klar sein, wenn wir eine 365-Euro-Debatte, wir haben es dann irgendwann mal beim VAR umgedreht, weil wir gesagt haben, wir müssen immer hinterher und den Leuten das erklären. Dann haben wir gesagt, auch wenn ihr das Geld mitbringt, dann machen wir das. Aber uns muss klar sein, dass es ein finanzieller Aufwand bedeutet, damit man ein Gefühl bekommt für den VAR. Ein 365-Euro-Ticket, anders als in Wien, wo das übrigens eine Preisniveausenkung ist. Und man kann sicherlich über das Preisniveau senken. Da kann man auch reden, ja. Und vielleicht ist es in Deutschland an der Stelle falsch. Aber in Wien haben wir einen Modelsplit von 35, 36 Prozent damals gehabt. Und das war das Angebot. Und danach hat man die Preise gesenkt um 20 Prozent. Das war ungefähr das 365-Euro-Ticket. Bei uns würde das 50 Prozent im VAR bedeuten, weil wir ein anderes Preisniveau haben. Und das würde bedeuten, dass wir automatisch einen zusätzlichen Subventionsbetrag haben. Und Herr Steiner, Sie haben es vorhin gesagt, eigentlich wollen wir mehr Verkehre machen. Wir haben Antriebstechnologie. Das sind alles Faktoren. Herr Wendte könnte es viel besser darstellen, weil er als Cheflobbyist von uns das immer auch, sage ich mal, im Schlaf auch kann, neben diesen Planungsbeschleunigungen. Wir werden eine Betriebskostensteigerung in den nächsten Jahren haben, die signifikant ist. Da muss man ehrlich sich machen und sagen, ohne dass wir einen Kilometer mehr fahren, wird dieses System einfach einen viel höheren Bedarf an Gelder brauchen. Und ich bin da, bei Herrn Enggartner, wie gesagt, wir brauchen da eine andere Zielvereinbarung, die auch Richtung Daseinsversorge auch geht. Vom System her müssen wir sagen, was die Stammkunden angeht, haben wir tolle Produkte in NRW, da müssen wir uns nicht verstecken. Wir sind nicht so kleinteilig, wie jetzt zum Beispiel, gut, jetzt habe ich mit den Kollegen auch in Baden-Württemberg zu tun, aber nehmen wir mal die Kollegen aus Baden-Württemberg, Herr Gassel, sei es mir nicht böse, da ich aus Göppingen bin und da auch manchmal noch eine Brezel essen will, muss man das mal sagen, wir haben hier vier starke Tarifeinheiten. Man muss sagen, Frau Schneider, Sie haben recht, wir müssen lernen, vielmehr, dass Verkehr regional sind, Verbundgrenzen, Organisationsgrenzen, keine Kundengrenzen. Wir müssen da weitergehen, Amthor ist es angesprochen, easy ist der richtige Ansatz, zu sagen, landesweit müssen wir Tarife entwickeln, Semesterticket ist auch eins, wir sind ja eines der ersten Bundesländer, die das gemacht haben. Das System ist im Stammkundenbereich, würde ich sagen, auf einem guten Weg, muss man immer weiterentwickeln, dank auch Landesmittel, das Thema Sozialticket, glaube ich, auch da der richtige Akzent, das Niveau zu halten. Wir hoffen, und auch mit der neuen Landesregierung dann, wer immer das auch ist, dass man dann auch diese Mittel dynamisiert und gerne auch ein bisschen mehr reinsteckt, weil man bestimmte politische Ziele verbindet. Ich glaube, was Herr Zewinski gesagt hat, ist ganz wichtig, Norbert. Ich glaube, man muss von Geldgeber zum Impulsgeber, das ist nicht ein Zitat von mir, sondern hat jetzt gerade der Bundesrechnungshof gesagt, weil er ja immer wieder anmacht, was macht er denn mit Reckmitteln? Und da muss man aber auch zwischen Länder und Bund, glaube ich, nochmal, was die, das ist ein bisschen Verlassenamt, aber ich hoffe, die Zeit haben wir noch kurz, wir verlassen dann auch ein bisschen die Förderprogramme. Es kann nicht sein, dass jedes Verkehrsunternehmen oder jede Kommune, seid man nicht böse, Norbert, nochmal zusätzlich eine Mobilitätsplattform aufbaut und dafür Fördermittel bekommt. Also da müsste man, glaube ich, auch nochmal Bund und Land im Schulterschluss. Ich glaube, hier können wir wirklich zum Deutschland-Takt einen Deutschland-Digitalen E-Tarif ansetzen, der im Grunde wie ein Taxi-Tarif in ganz Deutschland gilt. Man weiß, man steigt ins Taxi ein und der Taxifahrer drückt, wir machen das natürlich modern mit einer App und man zahlt dann einfach modern den Kilometerpreis. Für Gelegenheitskunden wäre es ein Ziel. Für uns selber, glaube ich, wie gesagt, das Sozialticket im Stammkundenbereich weiterführen. Im Schülerbereich müssen wir wegkommen vom Lineal, wo man sich immer überlegt, ob es jetzt zweieinhalb Kilometer ist oder 2,3 Kilometer, das ist auch für den ländlichen Raum, da bräuchte man einen größeren Wurf wie das Semesterticket. Davon bin ich überzeugt, wenn man da Schulministerium und Verkehrsministerium nochmal in der nächsten Legislaturperiode, da sehe ich einen Reformbedarf. Die Digitalisierung stärker nutzen, Amt, du hast es gesagt, dass wir die Barrieren reduzieren. Und dann müssen wir natürlich auch über multimodale Tarife. Der On-Demand-Tarif, der sich gerade entwickelt, muss Bestandteil des ÖPNV sein. Die Vernetzung mit dem Radverkehr, mit Radboxen, mit Anmietung vom Park & Ride, das sind Aspekte, die gerade für die Umsteiger die Barrieren reduzieren. Es ist wie gesagt nicht das Preisniveau, aber wenn die Politik zusätzlich zu der Angebotsinitiative nochmal zusätzliche Gelder zur Verfügung stellen will, dann werden wir doch als Branche die Letzte sein, die nicht auch den Dialog führt. Das haben wir auch beim Sozialticket bewiesen. Dankeschön. Vielen Dank. Stichwort Dynamisierung, also was ja Inflationsausgleich letztlich ist. Wir haben das jedes Jahr beantragt. Das wissen die Verbünde auch. Ich will es nur in der Schalte mal sagen, weil wir die Weiterführung des Sozialtickets absolut richtig finden. Aber wir haben immer den Haushaltsansatz so von grüner Seite gewählt im Antrag, der ist dann in den letzten Jahren jetzt abgelehnt worden, dass es natürlich aufwachsend sein muss. Man kann ja nicht das gleiche Geld 2013 da reinstecken wie 2023. Und das bedeutet ja letztlich, dass entweder die Verkehrsverbünde zuschießen müssen oder eben die Nutzerinnen und Nutzer mehr reingeben müssen. Das haben wir auf dem Schirm, will ich nur damit sagen. Wir haben das wirklich jedes Jahr im Haushalt beantragt, wurde nur nie angenommen. Jetzt wollte ich eigentlich mit Joachim Künzel weitermachen. Vielleicht sollte ich es auch einfach machen. Ich vergesse es nur nicht, weil nur bei Rheinkober, weil das letzte Schichtwort war Verknüpfung und Vernetzung. Und das ist zumindest so weit ich das weiß, weil ich lebe ja seit 20 Jahren in Köln, auch sehr gerne in Köln. Also die Frage, sowas wie KVB-Bike und andere Sachen gibt es ja alle schon. Wenn du da gleich was zu sagen könntest, jetzt aber an Joachim Künzel die ganze Frage nochmal gerichtet. Also Tarife, einheitliche Tarife, Tarifgrenzen und so weiter und so weiter aus westfälischer Sicht. Im Prinzip gibt es dem, was Luis Castrio gerade sehr ausführlich ausgeführt hat, relativ wenig hinzuzufügen, weil ich glaube, wir sollten uns von einer westfälischen, rheinländischen Rhein-Ruhr-Sicht in dem Thema wirklich lösen. Es ist das Thema keine Grenzen für den Kunden. Was im Hintergrund passiert, ist für den Kunden sicherlich relativ egal. Da ist es für uns die Frage, wie kompliziert wollen wir im Hintergrund sein? Nur der Kunde darf davon nichts merken. Wir brauchen genau das, was Luis gerade ausgeführt hat. Wir brauchen Durchbuchbarkeit über die Multimodalität, nicht nur über die Grenzen, die Raumgrenzen, sondern auch über die Verkehrsträgergrenzen. Das heißt, die Multimodalität muss abgebildet werden, auch im Tarifgebilde. Es muss, ich habe dann immer gesagt, es muss barrierefrei sein. Und da versteht man ja häufig eben erdigen Einstieg drunter und Aufzüge. Aber barrierefrei heißt für mich einfach ein Zugang zum System, der eben möglichst wenig Barrieren hat. Und ich weiß, dass viele Menschen sich abgestoßen fühlen davon, dass sie, und das geht mir ehrlich gesagt auch so häufig, wenn ich in Räume komme, wo ich mich mit den Tarifen nicht auskenne, dass ich mich nach einer Viertelstunde Automatenstudium dann in ein Verkehrsmittel setze und das Gefühl habe, du hast bestimmt trotzdem die falsche Falkarte. Und genau davon müssen wir wegkommen. Einfacher Zugang ohne große Tarifkenntnisse, Barrierefreiheit, Durchbuchbarkeit im multimodalen System. Und ansonsten sehe ich das genauso, wie Louis es am Anfang geschildert hat, nämlich es wird so sein, dass die meisten, oder es ist so, dass die meisten Leute, die nicht fahren, nicht sagen, das ist mir zu teuer, sondern das System erfüllt meine Bedürfnisse nicht. Das heißt, wir dürfen nicht glauben, dass wir plötzlich nur, wenn wir die Tarife senken, den Run auf das System kriegen, sondern die Debatte um günstigere Tarife, die ich für richtig halte, muss immer im Zusammenhang mit der Frage des Angebots geführt werden und damit dann wiederum aber auch im Zusammenhang mit einer Gesamtfinanzierung des Systems. Vielen Dank für die Einschätzung. Norbert Reinkoberer. Ja, gerne. Ich gehe nochmal auf die Verknüpfung zu, das, was Jörg und Künstler gerade am Ende gesagt hat. Es reicht nicht aus, wenn wir alle halbe Stunde einen Zug fahren lassen und dann komme ich dann am Bahnhof an. Und dann stellt sich nämlich die Frage, wie komme ich denn vom Bahnhof über die letzte Meile dann nach Hause oder zum Ziel? Und das, was wir im Augenblick gerade landesweit machen, also wir haben bei uns nicht die Strukturdiskussion, ob es Rheinland, Westfalen oder das Ruhrgebiet ist, wenn es darum geht, nachher ein Rheinland-weites System aufzubauen oder ein westfäliges oder ein Ruhrgebiet-System im Hinblick auf Fahrradabstellboxen, dann machen wir das. Aber es ist gut zu wissen, wo wir was machen müssen. Und das kann das Land nicht, das können die Verbünde nicht, aber das können natürlich die Kommunen vor Ort. In den Kommunen weiß man ziemlich genau, wo was gemacht wird, wo was fehlt und da müssen wir ansetzen und da bedarf es auch nachher der Zusammenarbeit, wenn es nachher darum geht, Sharing-Angebote in Köln aufzubauen, easy, kein Problem. Wenn es aber nachher darum geht, im ländlichen Raum einstellungssystem aufzubauen, da bedarf es dann eben der verschiedenen Akteure vor Ort, das können sowohl die Gemeinde- oder die Stadtverwaltung sein, das können dann im Zusammenschluss auch die Arbeitgeber sein oder eben karaktive Einrichtungen und die dann zusammenzubringen zu einem solchen System, das zeigt dann nachher den Mehrwert. Und dann kommen wir eben zu der vernetzten Mobilität, von der du gerade gesprochen hast, Mobilstationen und Co. mit den verschiedenen Sharing-Angeboten. Und das Ganze muss natürlich dann durchbuchbar sein. Das machen wir, sowohl im Ruhrgebiet, in Westfalen und im Rheinland. Wir werden in ca. vier Monaten ein Buchungssystem aufbauen, dass wir dann ebenfalls die Fahrradboxen über unsere Systeme buchen können und das wäre ein Riesenfortschritt. Vielen Dank. Ich ziehe jetzt noch eine Themenkarte zum Schluss. Also wir machen wirklich um 20.15 Uhr Schluss. Wenn Sonntag wäre, würde ich sagen, pünktlich zum Tatort. Die Themenkarte, die ich noch ziehe, ist Bürgerticket oder solidarisches Bürgerticket. Und jede und jeder darf sich melden. Ich würde sagen, ich nehme drei, vier Leute noch dran, weil sonst schaffen wir es einfach nicht. Ich sage als Stichwort, natürlich die Debatte, die schon seit vielen Jahren läuft. Wir hatten in der letzten Legislatur beispielsweise die Piraten hier im Landtag. Die kamen immer mit dem kostenfreien ÖPNV um die Ecke. Meine Einschätzung war immer die, es gibt keinen kostenfreien ÖPNV. Es ist immer ein Zuschussgeschäft. Die Frage ist nur, wer bezahlt es letztlich. Und ich bin großer Anhänger von einem nutzerfinanzierten ÖPNV. Was ja aber nicht heißen muss, sozusagen, dass alles beim Alten bleibt. Und wir haben ein Rechtsgutachten in dieser Legislatur in Auftrag gegeben hier beim Wissenschaftlichen Dienst des Landtages zur Frage kommunaler Bürgerticket-Modelle. Es gibt beispielsweise eine sehr engagierte Bürgerinitiative in Wuppertal, die das viele Jahre durchdekliniert hat. Und das haben wir eben in Auftrag gegeben. Die Rückmeldung war interessant, weil es braucht keine großen gesetzlichen Änderungen, sondern letztlich nur eine kleinere Änderung im kommunalen Abgabenrecht, damit es Regionen oder Städten ermöglicht wird. Sehen wir mal, Städteregion Aachen könnte nach dieser Änderung, die die jetzige Landesregierung, wir haben die beantragt als Grüne, aber Sie haben sie abgelehnt, wenn man sie vornehmen würde, könnte die Städteregion Aachen für sich entscheiden. Nur am Beispiel, wir führen ein Bürgerticket ein. Eben in der Umlage und eben für diese Städteregion geltend. Das nur als relativ nüchterne Einführung in dieses Thema. Das haben sich direkt mehrere Leute gemeldet. Wir beginnen mit Norbert und dann geht es weiter mit Anker Schneider. Also ich habe ja Sympathie dafür zu sagen, das soll doch alles am liebsten kostenlos für den Kunden sein. Alle sind herzlich willkommen. Aber es ist eben nicht kostenlos. Und wenn ich das Geld nur einmal ausgeben kann, ist das Geld, was ich in die Finanzierung, Subventionierung der Tarife stecke, steht für was anderes nicht zur Verfügung. Vor allen Dingen bin ich gegen ein landesweites Bürgerticket, weil wenn im Sauerland nichts fährt, dann nutzt Ihnen dieses billige Ticket nicht. Deshalb muss man schon gucken. Aber ich bin großer Freund davon, das möglich zu machen. Also die Firmen in Düsseldorf profitieren davon, dass ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein sehr gutes ÖPNV-Netz vorfinden. Warum ist es nicht wie in Wien oder in französischen Städten möglich, dass die Kommune dort eine Arbeitgeberabgabe nimmt und damit auch Tarifen finanziert oder den Ausbau? Das ist etwas, das wir dringend eigentlich bräuchten. Aber das muss dann in der kommunalen Verantwortung auch sein. Und deshalb solche Finanzierungsmodelle gerne. Ich würde noch stärker da ansetzen, das Sozialticket, was wir haben, ist eigentlich zu hoch. Also das müsste eigentlich für die Gruppen sein. Kinder und Jugendliche würde ich umsonst fahren lassen. Also gucken, dass man die Senkung macht, aber ein Bürgerticket, wo alle dasselbe zahlen, aber nicht jeder das Gleiche kriegt, würde ich verwarnen. Und was würden wir machen, wenn 20 Prozent auf einmal in den ÖPNV kommen wollten? Wo stecken wir die denn hin? Wir haben erst mal die Aufgabe, die Kapazität und das Angebot zu erhöhen, die Tarife einfacher zu machen. Aber das dazu. Danke für die Einschätzung, Norbert. Vielleicht wie in Indien aufs Dach kann man sie auch noch mitnehmen. Aber das nur als ironische Anmerkung. Anke Schneider. Ja, ich bin da ganz kurz. Ich hätte sehr, sehr gerne ein Bürgerticket. Und wenn es nach mir ginge, hätte ich sogar am liebsten NRW-weit, weil ich nämlich glaube, dass man sonst diese Regionen nicht dazu kriegt, mehr zu tun. Ich weiß, dass es super schwierig ist, die dann nicht profitieren, davon zu überzeugen, dass sie auch was bezahlen sollen. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir das irgendwann mal sterben können. Klasse. Tim Engertner. Ich teile die Hoffnung, die Anke Schneider gerade formuliert hat. In der gar nicht so kapitalistischen, in der relativ kapitalistischen Schweiz gibt es gleich sieben Ticket für die Zeit von 19 bis 2 Uhr morgens. Für Jugendliche bis 24 Jahre. Da darf man sich lange jugendlich fühlen. Es gab das sogenannte Wurmeling-Ticket in Deutschland mal, den sogenannten Karnickelpass. Vielleicht erinnern sich die älteren Semester hier noch in der Runde. Für die besonders kinderreichen Familien. Und ich glaube schon, dass wir in einem reichen Land wie in der Bundesrepublik Deutschland, wo sich Armut zunehmend verbreitet und verfestigt, auch ein kostenloses Bürgerticket einführen können. Bei einer besseren Finanzarchitektur insgesamt. Danke für die Unterstützung. Es gibt noch zwei jetzt, nämlich Ingo Steiner und Lothar Ebers. Und dann machen wir es auf Viertel nach acht. Rund. Was? Herr Wendt hat sich auch gemeldet. Entschuldigung. Dann versuchen wir diese drei. Dann hat jetzt jeder zwei Minuten und Ingo Steiner ist dran. Ich hatte das ja auch im Rahmen der EPNV-Kommission. Letztlich auf den Punkt gebracht. Ein Bürgerticket sollte im Prinzip in einem Prozess am Ende stehen. Das Ziel sein. Und wir sollten jetzt einfach Wege nutzen, die dahin gehen, wie jetzt in diesem Wahlprogramm steht, halt kostenlosen ÖPNV für Jugendliche unter 18, Kinder und Jugendliche. Und wir sollten halt Möglichkeiten schaffen, dass Kommunen halt eigene Angebote für Tarif machen können, Tarifreduzierung durch irgendwelche Umlagen. Da sollten die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen werden. Das war ja auch mein Arbeitspapier, was ich der Verhandlungskommission im Bund gegeben habe. Und ich hoffe, dass das eine oder andere da auf den rechtlichen Weg umgesetzt wird, dass wir diese Möglichkeiten haben. weil ich sehe, die eine oder andere Kommune, die da auf dem Weg ist, im Moment halt nicht weiterkommt, weil es einfach keine Grundlagen dafür gibt. Vielen Dank, Ingo. Lothar Ebers und Volker Wente und dann geht es hinaus in den Abend. Ich halte bei der Betrachtung für sehr wichtig, dass man vorher ganz klar klärt, welchen Angebotausbau brauche ich? In den großen Städten wird das schon an der Infrastruktur vielfach scheitern. Ich kann in Köln erst rechnen, in Düsseldorf nur sehr begrenzt, die Stadtbahn verlängern. Da sind die Bahnsteiger gar nicht dafür vorhanden. Und ich habe im SPNV, wenn ich im Innerstädte, auch meine Kapazitätsengpässe. Sonst ist das Bürgerticket ein leeres Versprechen. Nach dem Motto, du darfst damit fahren, sieh zu, dass du reinkommst. Insofern, wir brauchen ganz eindeutig den Netzausbau, egal ob mit Bürgerticket oder wie. Wir brauchen ihn für die Verkehrswende. Wir brauchen ihn auch für lebenswerte Städte. Das ist ganz klar. Und wir müssen auch an anderen Stellen denken, die Bundesrepublik ist so ziemlich das einzige Land, was es schafft, die Morgenspitze im Berufsverkehr mit der Morgenspitze der Schülerverkehrs so dick zu kombinieren, nur damit auch Papa oder Mama dann immer den Schüler mit vor die Schule fahren kann auf dem Weg zur Arbeit. Also das Thema Elterntaxi ist in einigen Städten ja schon ganz intensiv. Wenn das nicht entzerrt wird, dann ist das, wie wir es heute haben, ein betriebswirtschaftlich unmögliches Verfahren, was wir machen. Wir leisten uns Spitzenkapazitäten noch nicht mal für die Spitzenstunde, sondern quasi für eine spitzen halbe Stunde. Und das ist wirtschaftlich ein Unding, auch was Ressourcen angeht. Denn die Fahrzeuge lösen sich nicht anschließend in Luft auf. Vielen Dank, Lothar Ebbers. Volker Wente als Schlusswort zu der Debatte Bürgerticket. Ja, ich sehe die ganze Sache nicht ganz so skeptisch, was die Kapazitäten anbelangt. Es gibt volle Fahrzeuge, aber sie sind nicht überall voll. Ich würde mir zum Abschluss zwei Dinge wünschen. Erstens, wir vermischen Verkehrspolitik und Sozialpolitik. Ich kann mir meine Fahrkarte leisten. Ich weiß nicht mal, was mein Jobticket kostet, wenn ich ehrlich bin, weil das wird irgendwie vom Lohn abgezogen. Das interessiert mich, wenn ich ehrlich bin. Nicht, ich verdiene sehr gut, im Gegensatz zu sicherlich der Hälfte der Bevölkerung. Aber wenn sich Menschen eine Fahrkarte für den öffentlichen Verkehr nicht leisten können, ist das eine sozialpolitische Frage. Und die soll dann aus der Sozialpolitik beantwortet werden und nicht Stickum umgelegt werden auf alle anderen Fahrgäste. Weil nichts anderes heißt ja Sozialticket. Einer bezahlt weniger, die anderen bezahlen ein bisschen mehr. Weil letztlich bestrafe ich damit die Leute, die sowieso schon sich im gesellschaftlich vernünftigen Rahmen, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegen und mit dem öffentlichen Nahverkehr verarbeiten. Zweiter Wunsch. Wir sollten sehen, dass wir das, und zwar gemeinsam sehen, dass wir das System öffentlicher Nahverkehr so gut ausbauen, dass es kein Bürgerticket bedarf, sondern dass die Vorteile des Systems so gut sind, dass nicht nur Frau Schneider und ich auf den Führerschein verzichten, sondern dass ein Großteil der Leute freiwillig mit dem Nahverkehr fährt und es gern macht. Schweiz und Österreich machen es vor. Da sollten wir uns vielleicht überlegen, wie wir unsere Organisation des Systems so weiterentwickeln, dass wir dieses System auf die Schiene und auf die Straße bringen. Vielen Dank, Volker Welter. Das ist wirklich ein gutes Schlusswort. Es sind auch noch 80 mit dabei geblieben. Das ist, finde ich, nach über zwei Stunden intensiver verkehrspolitischer Debatte auch eine reife Leistung. Ich danke allen fürs Kommen und für eure und ihre Expertise. Ich würde mich ganz herzlich bei unserem oder bei meinem Team bedanken im Büro und für unseren Verkehrsteam. Also Bettina, Daniel, Janos und Lukas, die das hier intensiv vorbereitet haben und unsere Fraktion als Grüne Landtagsfraktion, die das mit veranstaltet und finanziert. Ihnen allen, euch allen, die zugeguckt haben, ganz herzlichen Dank. Ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt selten eine Veranstaltung. Wir haben jetzt ja viele Zoom-Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren gemacht und auch machen müssen. Eine erlebt, wo dieser Chat und diese Kommentarfunktion so hoch lief, wie das heute der Fall war. Und davon war nichts jetzt umsonst, weil wir speichern das ja und stellen das auch als YouTube-Veranstaltung ins Netz. Auch zum Nachhören, wer jetzt überlegt, ich hätte gerne das nochmal gehört, was die Anke Schneider gesagt hat, der kann das demnächst auch machen. Ich habe auch wirklich was gelernt. Ich dachte bisher, dass ich sozusagen Avantgarde bin, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen privaten Pkw besessen. Aber dass es hier zwei Leute gibt, die noch nicht mal einen Führerschein haben und immer lebenslang mit ÖPNV unterwegs sind und vor allen Dingen Anke, also ich bin auch 20 Jahre im ländlichen Raum groß geworden. Ich glaube, ich kann es zumindest noch einschätzen, was das auch bedeutet. Nö, wirklich hoher Respekt. Ja, so. Es geht, auch wenn es Speckgürtel ist, wie auch immer. Also, allen danke für die Teilnahme.